Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 475. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Frau Alex. Buon dia. Und Herr Duke. Ja, servus, hallo. Was heißt denn Duke auf Spanisch, weiß das einer? Buke. 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 Ja, wir wollen heute über Fußball reden und zwar über Fußball von der Eintracht und wahrscheinlich mehrheitlich über dieses Spiel gegen Barcelona und weniger über das Spiel gegen Union. Was? Wieso denn das? Weiß ich nicht, also Alex hatte gesagt, der möchte mehr über Barcelona sprechen, dann habe ich jetzt noch nicht gehört, Dennis möchte sehr ausführlich über Union sprechen. Und über Hoffenheim müssen wir dann nochmal gesondert reden, glaube ich. Nee, wir wollen... Ich suche immer noch das Formular, wo man sich für diese Superliga anmelden kann, dass man die Bundesliga nicht mehr spielen muss. Meinst du, wir sind zu gut geworden dafür? Nee, wir sind für die Bundesliga einfach nicht qualifiziert genug. Einfach zu schlecht, das kann natürlich auch sein. Das wird nichts mehr, genau. Wir brauchen diese Liga, die nur europäisch ist. Genau, und für Superliga braucht es auch super Unterstützung von unseren Fans und damit sind wir beim Housekeeping angekommen. Ich habe diese Woche keine Menschen namentlich einzeln rausgesucht, weil ich denke, es ist mal wieder Zeit für einen kollektiven Dank an alle da draußen, die uns hier regelmäßig unterstützen. Und ich hoffe, dass ganz viele von euch auch in Barcelona waren und das Spiel live erleben konnten und vielleicht sogar eine Chance haben, irgendwie noch weitere internationale Spiele zu erleben. Und wie man gehört hat, hat der ein oder andere auch schon Flugtickets für einen weiteren Ort in Spanien gebucht. Nicht wahr, Frau Alex? Jawohl, ja. Aber das trifft sich halt bei mir auch einfach perfekt, weil ich zu der Zeit auf einer spanischen Insel im Urlaub bin. Ah, machst du quasi Inselhopping? Genau, und von da aus ist es halt einfach, also A, gehen die Flüge perfekt und B, kostet hin und zurück, hat mich jetzt gekostet, 73 Euro. Und selbst wenn es nicht funktioniert, sind es halt einfach 73 Euro, die ich in den Wind geschossen habe. Und ansonsten habe ich halt, ja. Ja, man munkelt, dass manch einer schon mehr in Proforma-Wetteinsätzen verloren hätte, als er in ProPickets investiert hat. Ja, aber sehr cool, Alex. Das ist natürlich genial. Aber gut. Sehr schön. Aber dann lasst uns doch auch direkt beim spanischen Spiel bleiben. Fangen wir doch mit den schönen Dingen an. Ihr wart beide in Barcelona und habt dieses Spiel gesehen. Erzählt doch mal so ein bisschen, wie so eure Anreise und so weiter. Weil wir haben ja letzte Woche die Folge zusammengeschnitten mit Tonaufnahmen von dem einen oder anderen hier aus der Runde. Und da erinnere ich mich noch dran, dass Frau Alex leicht fluchend am Mikrofon saß und sagte, alle Scheiße, ich bin immer noch nicht auf im Weg. Ich war total hibbelig. Dienstagnachmittag oder sowas, ne? Ich habe das auch gar nicht so mitbekommen. Also ich musste halt am Mittwoch noch arbeiten. Ja, und deswegen konnte ich halt nicht früher anreisen. Und auf einmal kriege ich mit, keine Ahnung. Ich glaube, der Basti hat Montagabend schon getwittert so, hey, mach mich fertig für auf den Weg. Wo ich mir denke, alter! Die sind aber ja auch mit dem Auto gefahren. Die sind ja Dienstagfrüh irgendwie hier mit dem Lossi-Bus dann da runtergefahren. Ich meine, da musst du ja schon mal irgendwie zwei Tage mehr mit einplanen. Das ist halt lange unterwegs. Auf jeden Fall. Wobei, das habe ich halt echt, also das habe ich völlig überschätzt. Ich habe das viel weiter irgendwie eingeschätzt. Also meine Geografiekenntnisse nicht so, nicht so brutal gewesen. Ja, also es ist nicht jetzt auf Frage. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch mit dem Auto geplant. Aber aus irgendeinem Grund bin ich davon ausgegangen, dass das irgendwas 16, 17 Stunden sind. Und wir sind ja, nach Bordeaux sind wir ja auch mit dem Auto gefahren. Und das waren, am Ende waren das 10, 11 Stunden. Das war easy machbar. Und ich glaube, das ist Barcelona ist halt vielleicht eine Stunde weiter wie Bordeaux. Das habe ich tatsächlich ein bisschen verkehrt eingeschätzt. Aber gut, mit meinem Arbeiten am Mittwoch und dann auch mit dem Auto da hinfahren und abends ins Stadion, wäre halt auch echt Horrorprogramm gewesen. Aber ich war dann auch, also ich bin am Donnerstag um, dann sind wir geflogen, um 12 sind wir geflogen. Und waren dann halt zwei Stunden später vor Ort, sind dann mit Metro in die Stadt. Ich habe Tickets bekommen über einen Bekannten, der tatsächlich einen offiziellen Barca-Ticket-Shop hat. Also der wohnt in Barcelona und hat so eine, der macht so Fußballreisen. Und der ist halt angefangen, hat das bei ihm mit Barcelona. Mittlerweile hat er mehrere Vereine im Programm, auch in der Premier League und so. Unter anderem hat der auch Sevilla im Programm. Aber West Ham leider nicht. Schade. Genau, also der hat einen offiziellen Ticket-Shop für Barca und hat mir darüber Tickets besorgt. Die hat er im Hotel hinterlegt gehabt. Ja, aber direkt Frage dazu, weil es stellt sich ja jetzt, und da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen im Nachhinein, liest sich das ja jetzt alles irgendwie so, als wenn da ein ganz großer Scam passiert wäre und alle Frankfurter irgendwie Millionen von Spaniern überfallen hätten, um an diese Tickets zu kommen. Das war aber schon so, dass die einfach normal käuflich zu erwerben waren. Du hast eine Kreditkartennummer angegeben und dann hast du Tickets gekauft, so wie man das normal tut. Ah, das ging nicht. Also zwei Sachen. Zum einen haben die Restriktionen in ihrem normalen Online-Ticket-Shop, dass du nicht von einer, ich glaube, du dürftest nicht von einer deutschen IP und du dürftest nicht mit einer deutschen Kreditkarte bezahlen. Ja, beide Dinge, die relativ einfach zu lösen sind, heutzutage. Richtig, genau. Und das ist das Einzige, was man, ich sag mal, in Anführungszeichen irregulärer Weg nennen kann. Alles andere ist halt ein Problem, was Barcelona seit Jahr und Tag hat. Die Barca-Fans, ich weiß gar nicht, warum die so einen Aufstand machen, die Penner verkaufen ihre Dauerkarte. Die sitzen auf ihrer Dauerkarte das ganze Jahr, verkaufen die an Leute, die viel Geld hinlegen, für Spiele, wo es sich einfach lohnt, wie zum Beispiel gegen Madrid oder so, nehmen die Kohle und finanzieren damit ihre restlichen Spiele. Und das läuft einfach bei jedem Spiel so. Ich war mit dem Steffen vor drei Jahren in Barcelona zum Klassico und wir haben halt auch einfach die Dauerkarte von so einem Joe gekauft gehabt. Der hat die uns bei dem Spiel für 300 Euro verkauft. Ist halt viel Geld für so ein Ticket, aber er sagt, er zahlt im Jahr, ich glaube, 600 Euro für seine Karte, verkauft die bei den Realspielen und hat dann das Geld im Prinzip schon wieder drin und geht dann quasi die restliche Zeit umsonst hin. Der hatte uns diese Plastik, also wie bei uns halt auch die Dauerkarte, so eine Plastikkarte, hat er uns ins Hotel gebracht, wir hatten das Geld vorher per Paypal bezahlt gehabt, war alles cool. Und wenn das Fans so machen, dann ist das halt so. Und die haben halt, ich weiß nicht, wie viele Dauerkarten haben die in dem Stadion? 70.000? 75.000? Sauviele Luft, sauviele, ja. So, und die gehen halt nie hin, sondern verkaufen ihre Karten. Und das ist aber, also das ist ja, also hier, dieses Common Knowledge bei mir in Mörfelden-Walldorf, bevor er die Eintracht da gespielt hat. Da kann mir doch keiner erzählen, dass der Präsident von Barcelona aus allen Wolken gefallen ist. Zumal das halt auch einfach hochgradig arrogant von Barcelona ist. wirklich davon auszugehen, dass die Frankfurter alle in die Stadt fahren und keine Tickets bekommen. Also habt ihr euch mal andere Auswärtsfahrten angeguckt? Egal, wo es hingeht. Hat sich irgendjemand für fünf Minuten mal mit diesem Gegner beschäftigt? Nee. Null. Alex, man muss die ja in Schutz nehmen. Ich glaube, es hat keiner gedacht, dass die Frankfurter so verrückt sind und eigentlich fast alles bezahlen. Es ist komplett ausreizend, bis zum Gehtnichtmehr, auch die Wege. Natürlich, du hast völlig recht, es war diese Geoblogging-Geschichte und so weiter. Es war aber auch irgendwann dann so, dass du über den Online-Shop, da haben sie ja einfach dann das Fenster zugemacht. Du konntest ja, es wurde ja sehr früh dann angezeigt, dass es angeblich ausverkauft sei. Hast aber ja doch noch über andere Wege irgendwie Karten bekommen. Aber die haben es einfach zu spät erkannt. Ich glaube, die haben einfach mit diesem Ansturm der Frankfurter Fans. Und das ist ja immer so, dass wir haben da wahrscheinlich gedacht, das Geld nehmen wir mit. Hier mal noch 10.000 Fans, mehr oder weniger. Also im Endeffekt, ich glaube, die sind einfach nicht davon ausgegangen, dass das so Ausmaße annimmt, wie das am Donnerstag dann einfach der Fall war. Ja, aber guck doch mal, letztes Jahr, guck doch mal, nee, vor zwei Jahren in Mailand. Wie viel? Da waren es 20.000. Oder gehen ein paar Jahre zurück. Bordeaux. Und Bordeaux hat es halt echt clever gemacht damals. Als die gemerkt haben, die Frankfurter haben Bock, haben die das Stadion einfach mehr oder weniger zweigeteilt. So ist das nämlich, ja. Haben uns eine Kurve gegeben, haben ihren Fans eine Kurve gegeben. Und im Prinzip war es ein riesen Fußballfest für beide Mannschaften. Also du kannst da auch was Positives draus machen. Aber sich jetzt A hinzustellen und komplett über deren sportliche Niederlage hinweg zu gucken und zu sagen, ja, der Rasen und die Fans. Und so zu tun, als wäre das vom Himmel gefallen. Also das war zu 100% absehbar. Wollte ich gerade sagen. Also das ist ja das, was mich noch mit am meisten ärgert oder was mich aufregt. Ich meine, sie hätten ja spätestens nach dem Hinspiel, war ja schon klar, in welche Richtung das geht. Und wie du schon recht sagst, Alex, hätte man sich einfach mal vergangene Auswärtsfahrten von Eintracht-Anhängern bei internationalen Spielen angeguckt. Dann hätte man wissen können, was da passiert. Dann hätte man sich drauf einstellen können. Und diese ganze Nummer, die auch dieser komische Laporta, dieser Präsident da jetzt fährt, wie du schon so richtig gesagt hast, Dennis, die wollten halt einfach die Kohle mitnehmen. Ich meine, Barcelona ist ein Verein, der hat was, 1,1, 1,2 Milliarden Schulden. Die sind froh, wenn die nochmal 10.000 Tickets für irgendwie 150 Euro ein Stück verkaufen, weil die Kohle brauchen die. Ich glaube gar nicht, dass das so um die Kohle ging, weil an vielen dieser Tickets hat Barca nicht viel verdient. Also ich habe ja gesagt, ich kenne hier diesen Joe mit seinem Ticketshop. Zum einen hast du die Dauerkarten und zum anderen habe ich halt einfach 200 Euro für ein Ticket bezahlt, was 80 Euro kostet. Also auf der Karte steht drauf gedruckt, 82 Euro schieß mich tot. Und davon wird Barca, keine Ahnung, 70 Euro bekommen haben und der Rest hat, also da haben alle Leute dran verdient, Barcelona ein bisschen. Und ich glaube, bei denen ist es einfach die pure Arroganz gewesen. Ja, aber das ist halt der andere Punkt, der mich aufregt, dass sie jetzt irgendwie, wie ich schon gesagt habe, so tun, als wenn die Eintracht-Fans da jetzt irgendwas Unsittliches getan hätten. Nee, die haben halt einfach nur Tickets gekauft und die halt einfach von euren Anhängern, die sich halt genauso wie ihr auf dem Feld einen Scheiß um diesen Wettbewerb oder für diesen Wettbewerb interessieren und halt lieber ihre Karten dann für den dreifachen Preis abgeben, als da hinzugehen. Dann macht euch doch lieber Gedanken, ob ihr noch eine vernünftige Fanbase an der Stelle habt. Und ich sag dir, weißt du, wo das genau so passiert wäre, an wen mich das zu 1000% erinnert? Uli Hoeneß. Für eure Scheiß-Stimmung seid ihr doch verantwortlich. Richtig, genau. So dieses Ablenken vom eigentlichen Kernproblem. Also ich meine hier, dieser Laporta hat ausgerufen, dass jetzt, wo man schon aus der Champions League runtergegangen ist, dann muss man die Euroleague auch gewinnen. Ja, einen Scheiß habt ihr gemacht. Gegen Eintracht habe ich vorher noch nie gehört, Frankfurt seid ihr rausgeflogen. Und jetzt schiebt ihr es da drauf, dass wir mit mehr Leuten da waren. Also, ja, also das ist tatsächlich ganz, ganz schlechter Verlierergeist. Verlierergeist. Aber, ist halt typisch für die großen, für uns, ja, also für uns ist zu 99% geil. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass durch diesen ganzen Trara jetzt andere Vereine so ein bisschen aufgeschreckt werden. So, dass das jetzt heißt, Leute, da kommt Eintracht Frankfurt, ne, nimmt mal alle Tickets weg und guckt mal, dass ihr vielleicht von den Minimum-UEFA-Karten noch drei abzwacken könnt, damit bloß keiner reinkommt und, ja. Es kann halt passieren, dass es personalisiert wird, der ganze Quatsch. Das wollen sie doch sowieso. Also das wollen sie doch sowieso und das halte ich persönlich für ein ganz, ganz großes Problem, diese Geschichte mit diesen personalisierten Tickets. Ähm, das sollte man mit allen Mitteln verhindern und das sind jetzt nur irgendwelche vorgeschobenen Argumente und da wird halt auch ein personalisierter Ticket. Um das durchzukriegen. Ja, genau. Ja, halt einfach die Leute davon zu überzeugen, so nach dem Motto, guck mal, was da jetzt in Spanien passiert ist. Ja, die nehmen euch euer Stadion weg, da gehen ganz viele hin, lass mal die Tickets personalisiert machen. Ja, das ist schwierig, aber ich muss sagen, Alex, du kannst sicherlich bestätigen, wenn du vor Ort warst, diese Kontrollen, die da stattgefunden hatten, da hättest du als, äh, ich hätte als Alex gehen können und die Alex als ich, äh, das ist wirklich, es wurde ja überhaupt nicht kontrolliert. Gar nicht, gar nicht. Also wurde es mal kurz abgefummelt, es war auch nicht diese typische Trennung, äh, Männer werden von Frauen kontrolliert und Frauen von Männern, sondern einfach schnell durch, 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 äh, durchgehetzt und das war's. Also da hat sich keiner die Mühe gemacht, mal, äh, richtig auf, äh, gut, du wurdest ja vorne am, sozusagen, wenn du einen Block wolltest, musstest du dann deine Karte nochmal drüberziehen, dass du auch wirklich, äh, einen Zutritt dann eben bekommen hast, aber ansonsten war das sowas von luschi. Kann natürlich sein, dass sich das alles ändert, wenn hier strikte Personalisierung und so weiter eingeführt wird, dann wäre es natürlich wirklich, äh, scheiße. Wenn hier eine Personalisierung einfach nur draufgedruckt wird und es bleibt alles sonst beim Alten, dann kannst du es dir auch gleich schenken, weil, äh, das war. Ja, macht's, ja. Aber wie willst du das, wie willst du das tatsächlich umsetzen, ne? Also ich mein, du hast ja, ich weiß nicht, wo du rein bist, ich bin, ähm, also ich hab auf der, auf der Haupttribüne quasi gesessen, ähm, bin da rein, wo der, wo dieser Barca Fanshop ist, ähm, und da sind so vier Drehkreuze nebeneinander und die machen ja auch eine halbe Stunde vor Spielbeginn erst die Türen auf. Ja, ja. Also vielleicht war es eine Dreiviertelstunde, also relativ knapp vorher, ähm, und dann hast du auch gar nicht, also es ist noch nicht mal so modern wie in Frankfurt mit den, mit den Ticketkontrollen, ähm, sondern du hast einfach nur so ein, so ein, so ein Scanner, wo du es oben drauflegst und dann gehst du einfach rein, ähm, also ich glaube, ich wurde noch nicht mal durchsucht und danach gehst du halt eh, wo du hin willst und, also bei mir wurde auch der Block nicht mehr kontrolliert. Ja, ja, bei uns auch nicht, bei uns auch nicht, ja. Genau, also ich hätte jetzt auch einfach in einen anderen Block gehen können, da hätte wahrscheinlich jemand auf dem Stuhl gesessen, wo ich mich hätte, ne, aber wäre, wäre null aufgefallen. Bei uns haben zum Beispiel auch Leute auf der Treppe gesessen, also da, so und jetzt stell dir mal vor, du musst mit jedem dieser Leute, die du in der Dreiviertelstunde in dieses Stadion gehen 100.000 Leute rein, versuch mal 100.000 Leute durch diese paar Eingänge in einer Stunde durchzuprügeln und kontrolliere bei jedem das Ticket und dazu nochmal einen Personalausweis. Kannst du eigentlich vergessen, funktioniert nicht. Ja. Was machst du mit denen, die keinen Perso dabei haben? Schickst du wieder heim? Also, das ist alles, guck dir mal, was das im Moment für ein Desaster auch bei der Eintracht ist mit dem Einlass, ne, also. Ja, das ist das eine, dass du natürlich diese Thematik hast mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Kontrollen, die dann halt einfach länger dauern, wenn du es ordentlich machst. Ähm, selbst wenn du das nicht hast, hätte ich halt trotzdem noch Bedenken, weil wenn Daten halt da sind, werden sie halt auch genutzt. Ja. So, und wir haben es ja jetzt auch schon in verschiedenen anderen Stellen gesehen, wie sehr dann auch auf einmal noch diese Anzahl von Personen in dieser komischen Gewalttäter-Sport-Datenbank da gestiegen sind, obwohl gar keine Fußballspiele mit, äh, mit Zuschauern stattgefunden haben, wo du dich auch fragst, wie das passieren kann. Diese, diese Datei, das ist sowieso eins der. Da wird halt auch einfach mal so ein kompletter Block mit Namen dann da reingekippt, wenn da einer halt wieder irgendwie so ein komisches Dietmar Hopp, äh, du Vater eines, weiß ich nicht, irgendwas Plakates hochhängst. So, weil die Daten halt einfach da sind. Es ist halt einfach. Und dann hast du dann das nächste Mal das Problem, wieder irgendwie an Karten ranzukommen, weil dich irgendwie einer in so eine blöde Datenbank eingetragen hat. Ja, aber das Problem habe ich ja zum Beispiel jetzt schon mit meiner Dauerkarte, ne? Ich meine, ich glaube, Dennis, deine ist nicht personalisiert. Auf meiner Dauerkarte steht mein Name drauf. Äh, bei uns auch? Doch, doch, Alex, doch. Ah ja, ich bin, ich bin Besteller für mehrere Dauerkarten, ähm, also bin ich sogar der Vertragsinhaber quasi für die Dauerkarte von meinem Nebenmann, obwohl da auch sein Name draufsteht. Also, ne, also, ja, mit dieser meiner Quieler-App, ne, die ist halt ganz cool, kannst du halt die Karte schön hin und her schieben, wenn du mal nicht, nicht kannst, ähm, aber da haben sie dich auch schon so am Arsch gepackt, ne? Also, da ist halt meine Mitgliedschaft drin und so, also, bei mir ist der Kram eh schon komplett durchpersonalisiert, aber gerade bei Auswärtsfahrten brauche ich das nicht, weil da halt auch, also, mir ist, im Stadion bei der Eintracht sind mir noch nie komische Sachen passiert, auf Auswärtsfahrten hatte ich die geilsten Erlebnisse, obwohl ich weit weg davon bin, äh, hier so ein Kategorie-C-Fan zu sein. Sag ich mal. Sagst du, sagst du. Also, nicht an die Szenen, an die ich mich erinnern kann. Ja, also, ich, ich finde es halt maximal unnötig und es bringt halt keinerlei Vorteil, ja, also, warum dann der ganze Kram, außer halt eben, äh, weil man es halt will und weil man halt damit dann irgendwie auch meint, vielleicht irgendwie, äh, Dinge limitieren zu können, ähm, aber. Ja, es ist natürlich jetzt auch so ein, ähm, ich sag mal, Effekt, handeln, 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 ne, oh, wir müssen irgendwie was zeigen, dass wir hier jetzt was besser machen und dann ist denen halt eingefallen als erste Handlung, ah, dann macht euch keine Sorgen, liebe Fans und lieber Verein, wir personalisieren den Quatsch jetzt und dann passiert das nicht mehr. Ja, das ist eigentlich das, 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 das einer von den fünf McKinsey-Konzepten, die sie ganz oben in dieser Schublade liegen hatten. Das haben sie halt dann jetzt rausgezogen und haben gesagt, ey, wenn wir das gut verpacken, kriegen wir es vielleicht jetzt durch. Wir werden sehen, was da jetzt noch kommt, aber wie gesagt, äh, prinzipiell für das Spiel hat das ja zum Glück noch keine Auswirkung, es war ein geiler Abend und man muss auch wirklich dazu sagen, wir waren mittags noch in der Markthalle in Barcelona. Aber erzähl mal, erzähl mal, äh, wie bist denn du, wie bist denn du hin? Ah, wie ich hin bin, ähm, ich bin am Mittwoch angereist und ich, äh, Witzbold, hab natürlich gedacht, ah, weißt du was, fahr ich doch schön mit dem Zug hoch nach Köln und von da aus dann entspannt rüberfliegen, weil eben, wie es bekannterweise, Flugtickets waren ja hier irgendwann von Frankfurt aus direkt entweder unbezahlbar oder so, äh, seltsam von der Zeit her, dass ich gesagt, passt nicht, okay, bin ich hier mit einem Kollegen noch hoch und wir sind am Frankfurter Hauptbahnhof angekommen und wollten schön mit dem Zug nach Köln fahren und natürlich der erste Zug schon mal ausgefallen, na, macht ja nichts, hast genug, hast genug Zeit eingeplant, in der App gelesen, äh, war irgendwie ein Notfalleinsatz, also entweder Suizid oder sonst irgendwas auf der Strecke, hast gedacht, oh Mist, na, wird ja, wird ja eventuell noch mehr Verbindungen nach Köln geben, ärgerlich, aber genug Zeit eingeplant, na, wurde auch die ganze Zeit angezeigt, sind mal an Schalter gegangen zur Information, wie sieht's denn aus? Na, der nächste fährt auf jeden Fall, keine Sorge, schafft er, aber auch ein Eintracht-Fan, hat gesagt, packt ihr alles, man müsst denn fliegen, ach, das ist ja super, okay, 14.10 Uhr, stehen am Gleis, Zug fährt nicht ein, 14.11 Uhr, Anzeige, der Zug um 14.10 Uhr fällt heute leider aus. Nein. Okay, was machst du denn jetzt? Gut, na, wieder zur Information, hier mein Freund, du hast doch gesagt, der fährt, was ist denn hier los? Ja, puh, also der nächste fährt, aber auf jeden Fall, ja, wirklich, wirklich verrückt, ne, also er so, ja, das packt ihr doch noch, wenn ihr den nächsten nehmt, der fährt um 14.10 Uhr, äh, 15.10 Uhr, das schafft ihr ja noch, ne, das passt doch dann, und dann so, nee, nee, okay, geht nicht, wir müssen irgendwie eine Alternativroute, nicht wieder dieselbe Strecke, weil die fällt jedes Mal aus, oder genau, Alternativbeförderung, ja, ah, ihr wisst ja, ihr kriegt nur einen Teil ersetzt, hat er dann schon zu uns gesagt, wenn ihr jetzt mit dem Taxi fahrt, ja, sucht euch auf jeden Fall genug Leute, wenn ihr fahren wollt, weil ihr könnt es zwar einreichen, aber ob da was bei rauskommt, so ungefähr, weiß er nicht, ne, okay, gut, sind wir rausgegangen und haben tatsächlich noch eine, äh, Mutter mit, äh, Tochter getroffen, die auch, äh, nach Köln an Flughafen wollten, auch zum Spiel und sind dann mit denen zu, äh, viert plus Taxifahrer hoch, äh, nach Köln gefahren, ähm, mit ordentlich Speed, äh, 350 Euro kostet die Strecke, äh, und jetzt kommt aber das allerbeste an der ganzen Geschichte. Inklusive deinen Plitzer-Tickets, wenn du sagst, dass der Taxifahrer ein ordentliches Tempo unterwegs war. Inklusive, exklusive, also ich hoffe mal, da kommt jetzt nichts nach, ne, Quatsch, er hat, äh, wirklich, äh, kannte dann auch die Strecke und hat die Plitzer gekannt, da bei Limburg und so weiter, also ist im Endeffekt schon gut gefahren und wir kamen tatsächlich noch pünktlich, jetzt kommt aber das Beste an der ganzen Geschichte, es war ja tragisch, wir wollten ja eigentlich mit noch einem weiteren Kollegen fahren und der meldet sich nachts bei uns und sagt, Leute, es gibt's nicht, ich hab Fieber. Und wir schon so, oh oh, sagen wir mal gucken, wir hoffen Pokalfieber und da sagt er, nee, nee, das Thermometer zeigt zu viel an, oh Mist, getestet am nächsten Tag, positiv, Corona-positiv. Also Fahrt für ihn ausgefallen, hatte man noch ein Ticket natürlich dann übrig und die Mädels im Bus war, äh, bei uns im Taxi, waren, äh, mit einer Reisegruppe unterwegs sozusagen, waren einfach ein bisschen aufgesplittet, weil wir von verschiedenen Richtungen angereist, haben noch ein Ticket gesucht und weil wir uns selten verstanden haben und natürlich, ja genau, kein Mensch irgendwie hier an der ganzen, an dem ganzen Bums was verdienen wollte von uns, äh, also wir haben für die Tickets, deshalb nochmal um zu dem Thema zu kommen, wir haben es über den Online-Shop bestellt gehabt, äh, über Bekannte aus Österreich und, äh, da hat das dann auch funktioniert zum Glück, war ja auch Print at Home, äh, knapp 100 Euro hat das Ticket gekostet, ähm, regulär, ne, deshalb, Alex, weil du sagst, ist wirklich Wahnsinn, was das eigentlich schon für, für Grundpreise sind. Äh, äh, waren, saßen kurz unter diesem Plexiglas-Kasten, sag ich jetzt mal, äh, also wirklich sehr, sehr nah dran, war also wirklich von Preisen her trotzdem, wo man gesagt hat, wow, ganz schön teuer, aber gut, haben wir den für 100 Euro verkauft, waren alle glücklich, sind da angekommen, rausgestürmt und, ja, erstmal natürlich hier Boarding und war hektik, 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 jetzt kommt ja das Schönste, jetzt denkt man ja, von Köln-Bonn könnten ja vielleicht auch direkt nach Barcelona fliegen, nee, nee, mit Zwischenstopp in Mallorca. Palma, äh, gelandet nochmal kurz, da hatten wir auch noch kurz, wenn du eine Stunde Aufenthalt sind, dann weiter, hat dann auch alles geklappt. Reicht für zwei Eimer. Reicht für zwei Eimer, ja, also man muss ja irgendwie auch noch in den Flieger reinkommen und, ähm, während des Flugs haben wir auch noch einen oder anderen Gin Tonic getrunken, also war eine schöne Tour. Also ich kann mal spoilern, der Dennis hat mich vor dem Spiel noch erkannt. Ja, vom Spiel. Mit einem Auge, ein Auge zu, dann war es okay. War, 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 war auf jeden Fall eine, eine coole, äh, auch die Leute, die wir da noch kennengelernt haben, hatten ja viele diese Idee, auch da über Köln zu fliegen, deshalb war auch ein Frankfurt-Flieger dann sozusagen und war das alles in Ordnung. Sind wir da angekommen, jetzt müsst ihr überlegen, am Mittwoch, wir sind losgefahren, hier bei uns zu Hause, so gegen zwölf und kamen nachts um ein Uhr oder was in Barcelona an, ne. Also ein Uhr in der Nacht, also dann schon Donnerstag quasi. Schon Donnerstag, ja, genau. Und, äh, dann waren wir nochmal Rampler und so weiter, haben auch, äh, Marvin und Co. noch getroffen, äh, Basti, waren auch schon alle ganz gut drauf an dem Abend und, äh, ja, dementsprechend haben wir da noch gefeiert und sind dann irgendwann in unsere Kaschem reingefallen und ein schönes Hostel, äh, geiler Absteig, muss ich wirklich sagen, Preis-Leistung war super, äh, aber, ähm, nicht unbedingt zu empfehlen, die Gegend, wo wir da gewohnt haben, aber, äh, wenn jemand mehr wissen will, gar nicht gerne mal die Kontaktdaten weiterleiten, war wirklich eher, eher ein bisschen skurril. Ähm, nein, aber am nächsten Tag habe ich dann... Lag da noch eine Frau reserviert im Bett? Ja, ich sag mal so, das nicht, aber jetzt kommt das Schönste, wir kamen rein in dieses Zimmer und du denkst so, okay, ich glaube, hier hat jemand vergessen zu putzen und das ist schon mal eine schöne Sache, wenn du denkst, dass jemand vergessen hat zu putzen, dann gehst du ins Bad und sagst, hier hat auf jeden Fall jemand vergessen zu putzen. Dann gehst du runter und fragst nach, sag mal, hat hier vielleicht jemand vergessen zu putzen? Und er sagt nur, nee, nee, welche Nummer ist das? Ich kann euch auch ein anderes Zimmer geben, aber die anderen sind alle nicht aufgeräumt, das ist aufgeräumt, das ist sauber. Also denkst du auch nur, okay, geil, also, es war, es war, es war schon grenzwertig, muss man sagen, aber gut, war, war günstig, war im Endeffekt hat seinen Zweck, war zweckdienlich und lag von der, von der Lage her war es auch okay, aber lange Rede, kurzer Sinn, nächsten Tag noch eine schöne Tour gemacht und dann auch zum Fanmarsch und da haben wir ja dann noch die Alex getroffen und ja, war noch vorher in der Nähe vom, na, wie heißt es hier, von Plastik-Katalunia? Die Markthalle, Markthalle, ja genau, da waren wir auch noch, genau, also wie gesagt, haben wir uns die Stadt schön angeguckt, war eine schöne Reise und ja, ab da war natürlich dann Vollgas, Stadion war, wie gesagt, dieser kurz vor knapp Einlass war ja echt verrückt, schön war daran, wir waren noch draußen, als die Fernbusse eingefahren sind, sowohl der von Barcelona als auch der von der Eintracht und was da ja abging, Alex, hast du das mitbekommen gehabt? Nee. Das war ja auch, also die Videoaufnahmen müsstest du dir auch mal angucken, also die Polizei in Spanien kennt ja da eh keine Bam, bitte, also Knüppel, richtig draufgeknüppelt, alles draufgeknüppelt, wirklich was geht und die Fans natürlich auch alles, was sie irgendwie in der Hand hatten, nach dem Polizisten und nach dem Bus geworfen, also das sah aus wie ein Schlachtfeld, wer aber auch auf die Idee kommt, du musst mal überlegen, das war das Ende des Fanmarsch, also dieser Eingang beim Ende des Fanmarsch, da direkt ist der Bus durchgeleitet worden, sowohl der Barca-Bus als auch der Frankfurt-Bus. Wer das ausgedacht, sich ausgedacht hat von der Planung her, gehört sowieso erstmal links und rechts geohrfeigt, aber das war eine Action und ein Five-Konzert und Polizisten, die einfach nur völlig überfordert waren mit der Situation, also war schon interessant anzugucken. Nee, die haben wahrscheinlich alle damit gerechnet, dass der Fanmarsch zu dem Zeitpunkt schon eine halbe Stunde durch ist, weil die wahrscheinlich alle gedacht haben, naja, da kommen halt irgendwie... Maximal 5000 mehr Tickets haben wir nicht verkauft. Richtig, so, demnach war das von der Planung her vollkommen okay, die haben wahrscheinlich alle nicht damit gerechnet, dass das Ding genauso wie das Spiel irgendwie elf Minuten Nachspielzeit hat. Das ist wohl so, nein, aber wie ihr sagt, also es war auf jeden Fall interessant, wir waren dann auch hinten bei dem Eingang, haben wir noch gedacht, oh Gott, jetzt noch eine Dreiviertelstunde, dann fängt das Spiel an und es stehen hier einfach 20.000 Leute vor so einem Mini-Eingang mit drei Drehkreuzen, wie die Alex gerade sagt, und drei Kontrolleuren und auf einmal stehst du drin und denkst, okay, jetzt haben wir noch 30 Minuten, wir haben ja das in 15 Minuten hier reingeschafft, aber okay, gut, ist in Ordnung. Also hat alles gut geklappt. Also muss man wirklich sagen, das Stadion hat sich super schnell gefüllt und auch als dann irgendwann ja mal das Spiel zu Ende war und die ganze Feierei und so weiter und auch aus unseren Blöcken dann geballt die Leute rausgeströmt sind, hat sehr gut funktioniert, muss man wirklich sagen. Also Respekt für diese Masse, das Stadion kann das schon ab und auch diese Wege, die da sind, überhaupt keine Probleme gehabt, innerhalb von fünf Minuten wieder draußen auf der Straße gestanden, das habe ich in anderen Stadien auch schon anders erlebt. Also wirklich eine schöne und ich denke mal, irgendwann kommen wir auch noch zum Spiel, falls sich jemand wundert, ja, es gab auch ein Spiel, was sehr schön und erfolgreich war und war toll, hat mir sehr gut gefallen. Die Reise war super und am nächsten Tag, um nur kurz den Reisebericht noch zu beenden, sind wir um, jetzt muss ich kurz überlegen, um sechs Uhr morgens schon wieder geflogen, wieder selber Weg, also von Barcelona nach Palma, von Palma nach Köln-Bonn, von Köln-Bonn mit dem Zug, der tatsächlich mal gefahren ist, musste nicht Taxi genommen werden, dann zurück nach Frankfurt und jo, das war dann auch ein erfolgreicher Trip und ich bin heute noch etwas müde sozusagen, Es hängt mir, hängt mir, hängt mir wirklich ein paar Tage nach. Wann war denn die Stimme wieder da? Also ich muss sagen, von der Stimme her, also ich würde sagen, seit Sonntag ist es auf jeden Fall wieder so, dass man, ich könnte jetzt noch nicht hier rumkreischen, wie in ihrer, wie Stadion, ich bin froh, dass heute kein Stadionspiel ist, aber ansonsten passt schon wieder seit Sonntag. Alex, bei dir? Ja, ich hatte am, also meine Stimme kam am Samstag so langsam wieder, dann war ich am Samstagabend bei den Löwen, da war das erste Playoff-Finalspiel und die Löwen haben halt einfach überragend mit 7 zu 0 Ravensburg aus der Halle geschossen, ja und da war es halt, da war es halt direkt wieder weg. Also sie ist heute noch so leicht kratzig, so einen leichten Bonnie-Tyler-Hauch habe ich noch für all die jüngeren Zuhörer, das ist so eine Sängerin aus meiner Zeit. Genau, also so ein leichter Hauch ist noch da, aber ansonsten ist sie wieder da. Aber im Stadion, ich saß im Prinzip wahrscheinlich ziemlich genau gegenüber von dir. Was ganz geil war, direkt über uns, also wir saßen im, ich nenne es nicht so der zweite Rang, und über uns fing dann der dritte Rang an und da hatte die Eintracht nochmal 300 Tickets, zum einen für die Frauenmannschaft, da saßen aber auch so Leute wie Marco Russ mit seinem Sohn, also die saßen halt so, keine Ahnung, so 5, 6 Reihen über uns, das war halt ganz geil. Ansonsten war ich aber umringt von gemischt, also ein paar Eintracht-Fans, aber auch viele Barca-Fans und es ging in der ersten Minute, ging es schon los. Ich natürlich wie immer beim Fußballspiel gestanden, bis von hinten jemand an meinem Rücken gezuppelt hat und mir auf Spanisch versucht hat zu erklären, dass ich mich hinsetzen muss. Geil. Aber das hat der gute Mann dann ab der 5. Minute auch aufgegeben. Eingesehen, hat es irgendwann eingesehen. Dann waren so zwei Kinnies noch bei mir, war auch ganz witzig, rechts neben mir saß ein kleiner Junge, der wird so um die 10 gewesen sein, Eintracht-Fan, der fand es voll geil, dass jemand von der Eintracht um ihn rum ist, der die ganze Zeit mit ihm singt. Und auf der anderen Seite neben mir saß ein Junge, der war ein bisschen jünger, vielleicht 8, Barca-Fan, der hat ab der 60. Minute Rotz und Wasser geheult. Hat mir am Anfang ein bisschen leid getan und irgendwann habe ich gedacht, ey Junge, du musst jetzt mal aufhören zu heulen. Ja, wir haben zwei Abstiege erlebt, was willst du denn eigentlich? Ja, krass, weil bei uns im Block wirklich oben waren, ich sag mal, wenn das mal von den Tausend, die um mich rum standen, vielleicht 10 oder 15 wirklich mit Trikot sich zu offenbarende Barca-Fans waren. Also es war wirklich unglaublich da oben. Ja, das war ja direkt vor diesem Plexiglas-Kasten. Das war fast alles weiß, ne? Ja, also von mir aus sah es auch genauso aus. Ich hatte irgendwann auch mal ein Foto gepostet. Also das ist halt, wenn ich geradeaus rübergeguckt habe, habe ich nur am Eis gesehen. Umso weiter es nach unten ging, ganz unten hat man mal so vereinzelt dann mal was Blau-Rotes gesehen. Aber das war dann bei mir in der Ecke sicherlich von euch aus gesehen ein bisschen anders da. Also da war es halt wirklich gemischt. Ja, ja, war ein bisschen gemischt. Genau. Ja, krass. Sehr schön. Und René, jetzt aber, jetzt kommt die obligatorische Frage. Wie hast du diese zwei Tage erlebt und was hast du gemacht? Weil wir haben dich ja nicht gesehen im Stadion. Ich war, genau. Vielleicht warst du auch inkognito unterwegs. Nein, nein, ich hatte ja schon gesagt, ich konnte leider aus privatpersönlichen Gründen die Reise nicht machen. Und habe von daher quasi die ganze Vorberichterstattung und alles Mögliche versucht, über Social Media mitzunehmen. Und da gab es ja mehr als genug Material, was man sich so im Laufe des Donnerstags, also es fing ja Mittwochabend quasi an, während ich die Folge zusammengeschnitten habe mit all euren Sprachnachrichten, hatte ich dann immer so nebenbei dann mal Twitter, Instagram und so weiter laufen und habe die ganzen Bilder und Reiseberichte gesehen. Und ich wurde zunehmend nervöser an dem Tag, habe aber auch immer mehr, umso mehr ich halt eben gesehen habe, wie viele Fans tatsächlich vor Ort waren, ist auch die Zuversicht in mir gewachsen, dass das tatsächlich ein gutes Ende für uns nehmen kann. Und habe das Spiel an sich dann, also ich wurde ausquartiert, ich durfte zum Schutz des Hundes nicht im Wohnzimmer auf dem Fernseher gucken, sondern musste mich hier ins Büro verziehen. Aber nichtsdestotrotz sehr laut gebrüllt. Also meine Frau zwei Zimmer weiter, da sind zwei dicke Außenwände dazwischen, sagte sie, hat mich gehört. Es war also definitiv laut, wenn das durch 60 Zentimeter Stein mein Gebrülle durchgeht. Von daher war es wahrscheinlich gut, dass ich nicht mit dem Hund im selben Zimmer war. Meine Stimme war irgendwann dann auch so, ich glaube Freitagnachmittag erst wieder da. Sehr geil. Aber ich sage mal so, im Fernsehen, Fußball gucken, bei solchen Spielen ist auch anstrengend. Ich glaube, du kriegst halt vom Spiel mehr mit. Also wenn wir jetzt tatsächlich wirklich so richtig sachlich, fachlich über das Spiel reden müssten, kann ich, glaube ich, kaum was dazu beitragen. Du kriegst vom Spiel mehr mit und kriegst natürlich auch dementsprechend dann andere Dinge mehr mit, über die du dich aufregst. Ich sage mal so, bei dieser Unterbrechung, die ja dann da zwischenzeitlich war, über mehrere Minuten, habe ich wahrscheinlich relativ schnell, dadurch, dass ich das ja im Fernsehen gesehen habe, schon mitbekommen, dass das jetzt nicht irgendwie eine kritische Überprüfung von irgendeiner Szene ist, sondern dass da halt einfach bei diesem Taubenzüchterverein UEFA die komplette Technik ausgefallen ist. Ich weiß nicht, wie schnell... Ich habe es am nächsten Tag gerafft. Also im Stadion ging es die ganze Zeit, ob das Hand war, ob das jetzt Elfmeter ist, so das war halt das, was man sich so erzählt hat. Aber dass es da einfach darum ging, dass es keine Bilder gab, auch die Zeichen vom Schiedsrichter, der hat die ganze Zeit auf sein Ohr gezeigt, dann hat er die Leute weggeschickt. Ja, weil der Funk nicht funktioniert hat. Alter, was will der denn jetzt? Ich habe alles nicht gerafft. Ja, der Funk hat nicht funktioniert, das war das Problem. Deswegen hat er die ganze Zeit aufs Ohr getippt. Weil das Mikro halt einfach stumm war. Es fing ja schon an, als er rauslief, um die Szene zu kontrollieren und er lief quasi frontal auf diesem Bildschirm zu und der war halt einfach, da war das UEFA-Logo und mehr nicht, da passierte nichts. Ja. Das war halt dann durchaus lustig. Ich meine, klar, in solchen Situationen... Das hast du ja im Radio nicht mitbekommen. Halt dann davon, ja. Ja, das ist halt sowieso doof, ne? Also diese ganzen VAR-Einblendungen, die du da kriegst, auch bei uns in Frankfurt im Stadion, die sind halt viel, viel zu spät. Also das Spiel läuft schon weiter, dann steht da oben immer noch VAR-Entscheidung, Elfmeter, ja, nein. Das Spiel läuft schon wieder und dann kommt dann irgendwann so, kein Elfmeter. Ja gut, eine Minute später ist diese Information auch komplett überflüssig. Was einen dann wiederum ärgert bei dieser ganzen Fernsehübertragung ist halt, du siehst diese ganzen Bilder und du hörst so die Fangesänge und dann hörst du die Kommentatorin oder den Kommentator. Ja, unbeschreibliche Szenen der Fans von Frankfurt in Barcelona. Lasst uns das mal einen Moment lang aufsaugen. Drei Sekunden Stille. Ja, und was wir noch sagen wollten zum Spiel, ich denke so, ey, halt doch einfach die Fresse. Haben wir schon Werbung eingeblendet? Ja, die kommt dann halt auch ständig. Und RTL hat halt kein Stadionprojekt. Wurde das denn auch RTL Plus gezeigt wieder, oder? Ich habe auch gehört, Steffen Freund muss sich auch viele Freunde gemacht haben. Also ich fand ihn besser als, es ist sowohl im Live-TV, also normal RTL als auch RTL Plus gezeigt worden. Ich habe dann immer mal so ein bisschen hin und her gewechselt, weil ich halt so wissen wollte, wie das dann auch, gerade am Anfang, wie das so mit den unterschiedlichen Kommentatoren waren. Also wenn man halt einfach ausblendet, was Steffen Freund sagt, weil er sagt halt einfach viel Quatsch. Finde ich, hat er aber halt einfach die angenehmere Kommentatorenstimme. Zumal er ja dann im Regelfall in der Kombination hier mit Marco Dingens ist. Dann ist das angenehmer. Da fand ich jetzt die, die auf RTL Plus in dem Stream kommentiert haben, die fand ich da an der Stelle anstrengender. Aber ja, wird halt auch viel Käse erzählt. Damals zu meiner Zeit, das musste auch mal durchstehen, wir haben das auch geschafft. Ich so, ja komm, halt doch einfach die Klappe. Ja, so habe ich das erlebt. Aber es war auch sehr anstrengend, aber auch ein emotional mitnehmendes Spiel. Ja, Wahnsinn. Ich würde gerne noch mal über ein Thema reden. Ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Dennis, nach dem Spiel. Also wir sind nach dem Spiel vom Stadion in die Stadt gelaufen, auf die Rambler, sind so, keine Ahnung, dreieinhalb, vier Kilometer vielleicht Fußweg, sind an, also keine Ahnung, durch welche Stadtteile wir gelaufen sind. Da sind wir an mehreren Clubs vorbeigekommen, auch Bars. Die Leute haben uns zugewunken. Die haben teilweise applaudiert. Also uns ist keiner dumm gekommen. Wohlwollend, ja. Ich habe nichts, aber auch wirklich gar nichts Negatives mitbekommen. Wir waren dann auf der Rambler gewesen. Da ist relativ weit unten links, ist dann so ein Platz, da haben wir gesessen, haben da auch noch andere Eintracht-Fans getroffen, haben da auch, da waren auch Barca-Fans. Also es war halt alles super, super friedlich und super freundlich. Ja. Und dann kommt auf einmal das Video von Martin Fenin. Ja, total Wahnsinn, ja. Den haben wir vorher noch getroffen gehabt, ja. Wahnsinn. Ist das, also das ist jetzt eine total doofe Frage, aber nach all den ganzen Videos, die man so in der letzten Zeit gesehen hat, ich will niemandem was unterstellen. Ähm, keine Ahnung, aber es gibt auch Leute, die gesagt haben, dass sie antisemitisch im Hotel behandelt wurden und das mit Videos belegen wollten. Ich will ihm das nicht unterstellen, dass das nicht so gewesen ist, aber ich finde, auf dem Video sieht man es auch nicht zu 100 pro. Und ich habe halt wirklich, weder vor dem Spiel noch nach dem Spiel, irgendetwas mitbekommen, dass, dass irgendein Scheiß abgelaufen ist, sodass irgendwo zu Ausschreitungen gekommen ist. Ich kann das nicht so ganz für mich einordnen. Ja, uff, super schwierige Frage. Ja, genau. Ich war nicht dabei, aber... Ich weiß, dass ich mich mit meiner These auch super weit aus dem Fenster lehne und mit Sicherheit hier auch abgewatscht werde. Wie gesagt, ich will weder sagen, dass es nicht so war, noch will ich aber jetzt auf den Zug aufspringen und sagen, boah, krasse Nummer, ganz schlimm, weil ich es halt einfach ganz, ganz anders erlebt habe. Ja. Ja, also ich habe auch keine Anfeindung gegen uns oder gegen die Eintracht oder sonst, also wirklich jetzt aktiv gegen uns da wahrgenommen, weil wir Trikot oder sonst irgendwas getragen haben. Ich weiß es, wir hatten, kurz bevor der Fanmarsch begonnen hat, hat man Martin Feni noch getroffen, kenne den ja auch über einen Bekannten hier und er hat uns auch noch gegrüßt, haben uns noch kurz unterhalten gehabt. Dementsprechend, er war ja auch null aggressiv oder so irgendwas, dass man jetzt sagt, Mann, der hat da jetzt hier einen Dicken markiert und wollte Hass. Es gab sehr viele Leute, die mit ihm Selfies gemacht haben, das fanden andere schon wieder nicht so cool. Also ich kann schon mir wieder erwarten, dass dann wieder irgendwelche Leute das gesehen haben, haben dann geguckt, was ist denn das für einer? Es gibt so viele Bekloppte, Alex. Ich muss wirklich sagen, da ist eher meine These, da konnte einer nicht ertragen, dass da einer vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen mehr famous ist und dementsprechend, komm, den wichsen wir jetzt hier mal um und filmen das noch, weil sieht man ja auch dann, dass das doch irgendwie, ja, anscheinend eine Gruppe ist, die da irgendwie unterwegs ist, nicht ein Einzeltäter. Also es war schon eine komische, komische Geschichte. Also ich muss sagen, kann ich mir gar kein Urteil, ich muss auch sagen, wir wurden super fair behandelt, wir sind da ja auch durch die Sachen durchgetingelt, auch wenn Leute gesagt haben, die Polizei war so aggressiv und hat da sofort gegen die Fans gepöbelt und hat da dings, ja, bei der Busszene muss ich sagen, wow, die haben wirklich nicht einmal gefragt, sondern haben alles niedergeknüppelt, was nur ansatzweise an diesem Bus in der Nähe stand. Und krass, wir haben aber abends dann auch gerade an diesem Mittwochnacht Polizisten noch bei irgendeinem komischen, ich sag mal, KFC-Verschnitt getroffen und haben uns noch mit denen unterhalten. Die waren super entspannt, die fanden das saugeil, dass so viele Eintracht-Fans in der Stadt sind. Die haben gesagt, ihr seid ja total verrückt, wir haben hier schon viel erlebt, aber so viele Fans, warum seid ihr hier, was ist da los, was war der Beweggrund so ungefähr? Die waren einfach eher so, also die haben gesagt, das ist wirklich mal was Außergewöhnliches und waren aber auch total positiv. Deshalb, also ich glaube, es gibt immer in allen Lagern, gibt es irgendwo ein paar Bekloppte, die es da nicht ertragen können, was da abgeht und dann austicken. Und ich glaube, in meinen Augen, Fenin hat da einfach irgendwie jemanden, entweder ist er einem auf den Sack gegangen oder keine Ahnung. Also ich kann es auch gar nicht einschätzen. Ich wollte gerade sagen, ich finde das auch immer schwierig, weil man, nur weil ihr jetzt da nichts erlebt habt, muss es ja nicht heißen, dass da nicht trotzdem irgendwas gewesen ist. Weil wir wissen alle, wer das ist. Ich will doch gar nicht sagen, dass das, ne? Du brauchst ja einfach nur wirklich dann in der falschen Sekunde auf den falschen Menschen zu treffen und dann hast du eine komplett andere Situation. Aber man kann es halt auch, ich habe mir das Video vorhin auch nochmal angeguckt, ich finde, man kann es halt auch schlecht beurteilen, weil du halt wirklich nur diese 15 Sekunden von dieser Prügelszene da hast. Du siehst den Teil davor nicht, du siehst den Teil danach nicht, du weißt nicht, was da passiert ist. Also finde ich halt auch schwierig. Es kann trotzdem passiert sein, es kann auch sein, dass das dann auch irgendwie eine provozierte Geschichte oder irgendwas war. Du weißt ja auch nicht, wie beide Seiten sich da verhalten haben, also von daher einfach extrem schwierig. Von daher würde ich da jetzt auch mich nicht irgendwie zu einem Urteil hinreißen lassen. Ich würde es halt aber auch nicht komplett ausschließen, dass sowas tatsächlich dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch passiert ist. Der Frust bei dem einen oder anderen Barca-Fan war ja schon groß. Ich glaube, man muss da wahrscheinlich auch nochmal unterscheiden zwischen denen, die halt sonst irgendwie da Karten haben und regelmäßig im Stadion sind, dann halt eher auf so einer Eventbasis und die, die halt wirklich da zum harten Fan-Kern gehören und quasi bei jedem Spiel da sind und da anfeuern und so weiter, da hast du natürlich auch unterschiedliche Wahrnehmungen in so einem Spiel. Von daher, schon schwierig, die Nummer. So ist es. Aber, also, nochmal, also ich fand, ich fand generell, wenn man das jetzt einfach mal ausklammert, war das eine, eine super friedliche und, ja, auch von der Polizei, ne, also klar, was du mit dem Bus erzählt hast, sind halt Szenen, aber vorher, ich habe die gar nicht so wirklich wahrgenommen, also egal, ob es auf der Rambler war oder am Platt der Katalonia, das war alles so, also, die waren auch nicht mit einer übermäßigen Präsenz da. Ich war ja zum Beispiel auch im Bahnhofsviertel, da standen wir am, äh, Jokyok-Kiosk, vor dem, ähm, Heimspiel gegen Barca und da ist der Fanmarsch durchs Barca-Viertel geleitet worden und das waren halt, keine Ahnung, das ist 300 Barca-Fans gewesen sein und es waren aber auch locker 60 oder 70 Mannschaftswagen der Polizei davor und danach, also es waren fast mehr Polizeiautos in diesem Fanmarsch als wirklich Barca-Fans und das war jetzt hier überhaupt nicht so, also ich fand, das war nicht übermäßig präsent und, wie gesagt, auch im Stadion, also bei mir waren ja im Vergleich zu dir dann doch noch ein paar Barca-Fans um mich rum, klar haben die mich am Anfang alle komisch angeguckt und natürlich ist der Typ hinter mir so, ey, setz dich mal hin, aber auch hinterher, ich wurde weder angepöbelt noch sonst was, also eigentlich durch und durch positive Erfahrungen und ich hatte nicht, nicht eine Sekunde irgendwie ein komisches Gefühl öffentlich mit dem Eintracht-Shirt rumzulaufen. So ist das, ja. Ja, entspannt, aber jetzt ganz kurz nochmal, ihr wart da noch feiern oder war es eher, weil ich muss sagen, was mich gewundert hatte war, wie schnell dann doch diese ganzen, wenn wir mal kleinen Läden dann doch zu hatten, es sind ja an jeder Ecke eigentlich dann diese Supermarket oder wie auch immer das dann Die dürfen kein Alkohol mehr verkaufen, das hab ich null gerafft, ich bin in so einen Laden rein, auf dem Rückweg vom Stadion in die Stadt rein, in so einen Laden rein, da wird gesehen, da ist ein Kühlschrankbier drin, hab mir so ein Sixpack Bier geholt, stellte ihn auf die Kasse und keine Ahnung, also ich glaub, der wollte auch für diese sechs Bier nur sechs Euro haben und ich war so mein Geld am Durchwühlen und der sagt als auf Spanisch irgendwas und ich denk mir, was will der Charb und auf einmal nimmt er das Bier weg und ich so, hä, was ist denn jetzt los? und irgendwann hab ich halt gecheckt, wo er dann gesagt hat, irgendwie so, ich soll's unter den Pulli stecken, da hatte ich, ah, kein Bier mehr verkaufen, so, das hatte ich dann gerafft und dann sind wir, wie gesagt, wir sind auf die Rambler und da ist so ein Platz nebendran gewesen, also von der Markthalle weiter runter Richtung Meer und da haben wir noch bis um, ich glaub, die haben uns um halb drei haben die uns rausgeschmissen, da durftest du draußen nicht mehr sitzen, aber dann mussten wir halt rein und drinnen hatten die wie so eine Art Club gehabt, dann waren wir da noch und ich glaub, wir waren morgens um halb fünf auf dem Hotelzimmer und bis dahin waren wir halt in der Stadt noch unterwegs. Ja, cool, okay, also musste eigentlich einfach nur schon vor Ort und dann drin sein, weil, wie gesagt, auch mit den Getränken, ich bin dann auch noch bei dem einen rein und da sagte, war der drin, ja, jetzt müsst ihr euch beeilen und sind auf einmal die Tore schon runtergegangen, ich sag, hä, okay, hat er mich noch hier abkassiert gehabt und natürlich dann pauschal für, normalerweise, wie du sagst, normalerweise ein Bier ein Euro oder 75 Sets sogar. Ist voll günstig da, ne? Super, super günstig. Dann sagt er, ah, du hast da ein Sixpack, ja, mach dann 15 Euro. 15 Euro. Was hat er gedacht, die kriegen in Deutschland Pfand für die Dosen oder was? Das sind Deutsche, die haben Automaten, da kommt Geld raus und man eine Dose reinsteckt. So ist es, so ist es, genau. Ne, am Ende zehn Euro runtergehandelt so ungefähr, aber das ist hier, der hat mich dann auch rausgeschmissen und hinter mir ging dann einfach das Tor zu, also hast gemerkt, die durften wirklich nichts mehr verkaufen. Also ich glaube, die dürfen wir im Endeffekt zwölf Alkohol verkaufen. Ah, okay. Siehst du, okay. Also, so habe ich den Typ verstanden, der mich komplett auf Spanisch zugebabbelt hat. Ne, und dann sind wir ein bisschen zu spät gewesen, um irgendwo in noch so eine Bar oder sonst was reinzugehen und sind dann einfach, weil ja auch dann um sechs Uhr schon der Flieger ging, sind wir dann relativ früh mit dem Nachtbus dann rübergefahren zum Flughafen. Deshalb haben wir von dieser Nachfeierei an dem Donnerstag auf Freitag gar nicht mehr so viel mitbekommen. War dann doch eher entspannt, ungewöhnlich entspannt. War halt, war halt relativ, also bei uns war es halt auch entspannt. Wir haben halt noch draußen gesessen und wir hatten halt gesagt, wenn wir, wenn wir in Spanien sind, dann muss es auf jeden Fall noch ein Sangria sein und hatten uns dann nach all den Bieren noch einen schönen Liter Sangria gegönnt und sind dann nochmal in diesen, in diesen Club rein. Ohne Kopfweh zurückfliegen ist ja auch kacke. Ich habe hier schön ein paar Bier und ein paar Mistbrils hierhin getrunken, das war ganz entspannt. Ah, so ein Mistbrilchen, das hat doch noch was. Das ist Sangria Frankfurt. Ja, ich musste auch in der Halbzeit direkt nachbestellen, ich habe keine mehr. Ja, wir hatten Direktflug. Also ich habe sofort nach der, also während der Auslosung, so ein bisschen auf Barcelona spekuliert gehabt und hatte die Tickets schon im Warenkorb und wir hätten sie auch noch super günstig bekommen, wenn ich nicht einfach zwei Vollchaoten in meiner Reisegruppe gehabt hätte. Also wir sprechen am Abend vor der Auslosung. Also egal, wo es morgen ausgelost wird, wir fahren safe. Ja, alle dabei. Also sofort, wenn ausgelost ist, egal wohin, wir buchen direkt. Alle drei, ja, wir buchen direkt. So, der Einzige, der bereit war zum Buchen, war dann ich. Du. Genau. Buch dann für alle drei und bevor ich auf, ich gebe jetzt hier mal 1000 Euro für Flüge aus, rufe ich den Ersten an, der dann sagt, ja, warte mal, ich muss mal mit meiner Frau nochmal sprechen, also vielleicht machen wir so ein verlängertes Osterwochenende draus, wo ich mir denke, alter, fuck mich jetzt nicht ab. Jetzt sagst du jetzt. Okay, ein Ticket weniger, dadurch aktualisiert sich der Ticketpreis und ich war schon mal 100 Euro teurer. Dann meinen Freund angerufen, mit dem ich ja auch am Abend vorher, wir buchen direkt, da rufe ich den an, hier, ich wollte nur nochmal sagen, ich buche jetzt, also direkt Flüge, und dann sagt der, ja, warte mal, ich muss mal gerade gucken, ob ich Urlaub kriege. Da sag ich mir, alter, willst du mich verarschen, wir sprechen gestern darüber und jetzt, wo ich buchen will, kommst du mir und sagst, ich muss mal gucken, ob ich Urlaub kriege. Und als er dann ausgeschissen hatte mit seinem Urlaub und es dann auch klar war, also er ist der Chef der Firma, also seine Firma, in der er mal fragen musste, ob er Urlaub bekommt. Gut, gut. Als das dann klar war, hat mein 300 Euro Flug hin und zurück 550 Euro gekostet, aber wir konnten direkt fliegen. Okay, okay. Aber pro 550 pro pro Ticket. Ne, ne, pro Person für hin und zurück. Also wir sind dann am Donnerstag, wir setzen nach 12 Uhr hin. Bei zwei Leuten sind es trotzdem 1100 Euro. Ja. Also wir waren, also es war halt, wir haben halt für die Tickets dann auch noch bezahlt. Die Urlaubskasse weg. Diese 23 Stunden Barcelona-Aufenthalt, die haben uns mal locker, locker, 1600 Euro gekostet. Ja, normale Härte. Die Urlaubskasse ist leer. Ja. Aber gut, also ich muss halt auch dazu sagen, es ist halt einfach jeden Cent wert. Das ist ein Jahrhundert Erlebnis. Ja, das ist es nämlich. Ja. Ja, ich bleibe bei meiner Aussage von der Podcast-Folge von letzter Woche. Sie müssen jetzt halt einfach die Europa League gewinnen, um dann nächstes Jahr Champions League zu spielen, um dann wieder gegen Barcelona gelost zu werden, dass ich dann die Chance habe, da auch mal hinzufangen. Also, es ist ja einfach die logische Kontrolle. Nur noch hinter Blacks die Glasscheibe. Ja. Also auch geil, der Typ hier mit dem Ticketshop, wo ich mein Ticket her habe, der hat mir die Tickets im Hotel hinterlegt und hat gesagt, ja, ich habe dir so ein Päckchen gepackt, steht außen drauf irgendeine Weinmarke, damit es nicht nach Tickets aussieht und ich habe dir noch zwei Barca-Schals reingelegt. Wenn du ins Stadion reingehst, ziehst du die an, dann läuft es schon. Also ich hatte sie weder mitgehabt, noch habe ich sie angezogen, aber sogar der war darauf eingestellt, dass es irgendwelche Kontrollen gibt für die neutralen Bereiche, dass kontrolliert wird, ob du Auswärts-Fan oder Heim-Fan bist. Ja, selbst wenn sie das nicht gemacht hätten, hätte man ja eigentlich zumindest erwarten können, dass sie sagen, so okay, hier aber nicht in weißen Shirts oder irgendwas, zieht euch irgendwas drüber, hätten sie ja auch machen können. Ja, wobei da hatten sie ja, die hatten ja mittags, nachdem ja morgens dieser Trouble am Tageskassenschalter war, also es sind ja eigentlich noch 10.000 Tickets da gewesen, die morgens am Schalter hätten verkauft werden sollen, wo sie dann kurz den Rollladen hochgemacht haben, lauter Leute in weiß gesehen haben und den Rollladen schnell wieder runtergezogen haben. Und danach haben sie ja auch nochmal quasi so ein offizielles Statement rausgehauen, dass am Tagesschalter keine Tickets mehr verkauft werden, aber dass sie garantieren, dass auswärts Fans in der neutralen Zone auch Zugang bekommen, wenn sie eine Karte haben. Und ab dem Moment habe ich mir null Gedanken mehr gemacht, also weder Barca-Schalen mitgenommen, ich hätte auch nichts Neutrales zum Anziehen dabei gehabt. Glaube ich kann man, man kann es abschließend so bezeichnen, wie es ja auch von vielen schon bezeichnet worden ist, es waren mit Sicherheit ein Jahrhunderterlebnis, zwei Jahrhundertspiele, dass die Eintracht mal in einem Pflichtspiel gegen Wahl oder in zwei Pflichtspielen gegen den FC Barcelona spielt und dann sogar auswärts im Camp Nou 3-0 zwischenzeitlich führt, ist so ein Erlebnis, was man wahrscheinlich nie wieder irgendwie haben wird. Aber wie habt ihr die letzten neun Minuten erlebt? Fuck, können neun Minuten lange sein. Gott, 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 Es wirkte, als wären es 50 Minuten. Irgendwann so in der 40. Minute nach dem 2-0 habe ich gedacht so, alles klar, das Ding ist safe. Hier kann heute echt nichts mehr passieren. Das habe ich erst nach dem 3-0 gedacht, weil bei dem 2-0 habe ich mir gedacht, fuck, viel zu früh. Ich habe so entspannt, das hatte ich nach dem 1-0. Nach dem Elfmeter habe ich gedacht, liebe Leute, das war, das Basti hatte es eh nicht bei Fußball 2000 gesagt, habe ich mir gedacht, liebe Leute, das war viel zu früh, das könnt ihr nicht bringen. Die werden uns jetzt hier 6-0 irgendwie nieder, 6-1 niederreißen. Nach dem 2-0 war ich fürchterlich entspannt. Nach dem 3-0 war ich schon fast überheblich. Ja. Und ab der 82. Minute, als dieses Tor wegen Abseits nicht gegeben wurde, da habe ich gedacht, fuck, jetzt kommt Karma, jetzt wird es richtig eng. Und da hast du ja gemerkt, ab dem Moment war ja null Entlastung da und diese Nachspielzeit, also diese neuneinhalb, zehn, elf Minuten, die es nachher waren, die waren sowas von lang. Das ist aber witzig, René, weil bei mir war es genau anders eigentlich. Ich habe bis zu dieser Szene, ich habe gedacht, oh Mist, jetzt schießen die es 3-1, das ist zu früh in dieser 82. Minute. Jetzt sind wir, sozusagen, jetzt geht es nochmal in die Verlängerung. Oh Gott, das hält mein Herz nicht aus. Und dann wird dieser Treffer nochmal zurückgenommen, weil es Abseits ist. Und ab da war ich erstmal so, okay, hier kann eigentlich jetzt nichts mehr schief gehen, der Fußballgott ist heute auf unserer Seite, der will, dass wir hier dieses Spiel gewinnen, dass hier sogar noch, was da alles dabei war bei diesem Spiel, wenn du das überlegst, Wahnsinn, mehr hättest du diese Geschichte nicht geiler schreiben können, wenn du sie versucht hättest, irgendwie aus den Fingern zu ziehen. Dann wird diese Elfmeter zurückgeben, dann wird es nochmal spannend, klar, mit den Elf, Zehn Minuten, Elf Minuten hinten raus, das war schon krank. Aber irgendwie war es ja auch so, jetzt ist eigentlich die Zeit, zu kurz um drei Tore verdammt nochmal zu schießen, dass natürlich das am Ende nochmal so knapp war. Ja, wobei die krass angeschossen waren, ne? Ja, und es ist halt Barcelona, die haben halt auch einfach verdammt schnelle Spieler und so weiter. Dann hast du da einen Adama Traumweg. Rational habe ich da nicht mehr gedacht, keine Sorge. Ja, der nimmt halt irgendwie drei Leute Huckepack auf der Außenbahn und rennt halt trotzdem noch da durch und flankt. Also, es war schon echt nochmal unnötig spannend. Vor allen Dingen, schräg vor mir haben halt auch Eintracht-Fans gesessen und der eine hat seinen Timer angestellt gehabt auf dem Handy und keine Ahnung, irgendwann denke ich mir halt so, Alter, pfeift doch mal ab, muss doch langsam mal zu Ende sein und ich gucke so von oben so schräg auf sein Handy runter und sehe halt, wie da steht so zwei Minuten dreißig und ich mir denke, Alter, was? Das hat sich so in die Länge gezogen. Fand ich ja auch, Trapp dann danach auf der Pressekonferenz irgendwie so ganz trocken sagte so, naja, bei dem Elfmeter habe ich mir dann keine Sorgen mehr gesagt, weil mir der Schiri vorher gesagt hat, die letzte Aktion danach weißt sich ab. Wo der Glasner dann gesagt hat, ja, ist ein Ex-Mann, sagst du mir das bitte? Weil die hatten irgendwie beide gefragt, wann sie sich denn safe gefühlt haben und der Glasner so, ja, als endlich abgefiffen wurde und der Trapp so, nö, nö, ich beim Elfmeter schon, ich wusste, dass der Schiri das als letzte Aktion sieht. Trotzdem hätte er es fast geschafft, das Ding zu halten. Also, das wäre halt echt nochmal ein Moment gewesen, wenn er es wirklich geschafft hätte, diesen Elfmeter komplett zu halten. Ich meine, er war ja schon echt gut dran. Eine Torlinientechnik, glaube ich, wäre das auch wirklich nochmal so eine Dingszene gewesen. Also, ich habe es zumindest aus der Wahrnehmung, was ich gesehen hatte, ich weiß es nicht, war der so deutlich drüber? Ja, doch. Also, in der zweiten Wiederholung aus der Kamera schräg hinterm Tor hast du schon gesehen, dass er beim Aufkommen unten komplett hinter der Linie war. Also, da hättest du jetzt kein vibrierende Uhr oder irgendwas gebraucht, das hättest du da halt schon noch irgendwie gesehen. Okay. Ja. Also, von daher. Ja, also sah für mich auch knapper aus. Wir haben uns das dann alles am nächsten Tag nochmal die ganzen Szenen in der Zusammenfassung so angeguckt und da nimmst du halt die Sachen einfach komplett anders wahr. das ist halt in dieser ganzen Stadion-Atmosphäre und in diesem ganzen, also in diesem ganzen Tohu, Wabohu, weil da war ja, da war ja alles an dem Tag interessant und irgendwie auch so viel passiert, das nimmst du tatsächlich ganz anders wahr, als ich die Zusammenfassung gesehen habe, das hätte ein komplett anderes Spiel sein können, was sie mir da gezeigt haben. Ganz kurz nochmal, was mir gerade einfällt, weil du sagst, was man alles so wahrnimmt, was ist denn das für eine Scheiße auf diesen Video würfelnd gewesen mit diesem Hula-Hoop und hier spielt der Ball, wird durchgesprungen, hast du das gar nicht in diesen, ich sag mal, Halbzeitpausen und so, und Formspiel wurden so blöde Spiele vom Stadionsprecher gemacht. Was? Diese komische, diese komische, die nehmen die Bilder aus dem Stadion und gehen mit der Kamera durch die Menge und dann geht irgend so ein übergelegtes Bild, genau, du musst dich dann bewegen und dann kannst du irgendwas gewinnen, wenn du den, wenn du den Hula-Reifen triffst oder so. Oder trommeln sie, trommeln sollst du irgendwie die Bongo-Trommeln, ne? Was? Oder einfach nur gedacht hast, was ist denn das für eine Scheiße? Also du kennst es von anderen, in Amerika heißt es die Kiss-Cam, weißt du, wo dann irgendwie, keine Ahnung, wo dann Pärchen aus so einem Dings gefilmt werden und die sich da küssen müssen, wenn sie da kommen. Und hier wird dir halt so eine Trommel dann auf dem Video-Würfel eingeblendet, die du dann trommeln musst oder so ein Hula-Reifen, also total lächerlich. Was? Ja, total beschissen. Das war schlimm. Das war wirklich schlimm. Es war richtig fremtschämen, aber gut. Ja, sorry, ich wollte euch nicht unterbrechen. Das war... Dafür haben sie es aber verdient, dass wir aus der Euroleague geflogen sind für so einen Scheiß. Aber, also was man ja mal sagen muss, was ich tatsächlich geil fände, wenn die Eintracht oder die Eintracht-Fans das adaptieren würden, ist, die haben einen Fan gesangt, den kannte ich bislang nur aus Malaysia. Das Lied dazu heißt Undia del Parti. Ich möchte das jetzt nicht singen, Aber das hat so eine so eine total... Vielleicht kann der René das ja mal googeln und nachträglich nochmal einspielen. Nein, du musst das schon singen. Ich kenne ja den Text. An singen. Also es hat auf jeden Fall eingängliche... eingängliche... Ich singe das jetzt nicht! Total eingängliche Melodie und ich finde die Melodie mega geil. Wie heißt das? Und ich habe das mal Undia del Parti. Und ich kenne dieses Lied von der malayischen Fußball-Nationalmannschaft. Da hatten die Fans genau dieses... diese Melodie genommen, haben dazu irgendwas gesungen auf Sprache, die ich nicht kenne und die hatten so blau-gelbe Schals und haben dazu im Prinzip im Rhythmus den Schal auf- und zugemacht. Also mit ausgestreckten Armen und dann zusammen. Und das sah einfach als... als Gesamtbild zu dieser eh schon geilen Melodie sah das richtig, richtig geil aus. Und das ist auch ein Lied, was die Barca-Fans mehrfach angestimmt hatten. Ich finde die Melodie richtig geil und da hätte ich auch richtig Bock zu, das bei uns im Stadion zu machen. Bisschen habe ich jetzt gar kein Bild zu. Also entweder ist das so untergegangen von da oben, dass man es gar nicht so richtig... Oder ich... René, spiel doch mal ein. Nee, das kriege ich jetzt nicht so schnell auf das Soundboard. Okay. Das kriege ich jetzt nicht so schnell. Ich gucke mal, ob ich das von der malayischen Nationalmannschaft, ob ich das Video dazu finde. eine Seite mit Barca-Dingern. Ich kann es ja mal in den Shownotes verlinken. Vor allem kann das ja dann mal auswendig lernen und kannst ja dann in der nächsten Folge hier nochmal anstimmen. Äh, nein. Äh, vielleicht. Ich kann nächste Woche nicht. Ja, dann übernächste Woche. Ah, doch, klar, kenne ich das ja logisch. Das meinst du, ne? Genau, genau das. Ja, 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 ja. Okay. Also eigentlich voll bekannt. Ich glaube auch nicht, dass das nur Barca macht. Ich habe das schon mehrfach gehört. Nee, nee, nee. Okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich habe das nur aus Malaysia erst gekannt. Ja, also das finde ich völlig extrem geil. Das ist, glaube ich, aus der Premier League. Ich glaube, das... Von der Melodie her kenne ich es auch aus der Premier League. Ja, aber das muss ja nichts heißen. Die Melodie ist mega eingänglich. Ja, ja. Egal, was du dazu singst, kommt voll geil. Okay. Ja, ja, das hättest du aber doch mal summen können, Mensch, also Alex, dass man sich hier mehr so bitten muss. Entschuldigung, Alex. Die Stimme, die ist noch wegen hier, wegen Barca und Dinge. Ja, ja, ja. Das ist alles noch nicht so... beschweren sich die YouTuber wieder, ne? Diese Alex kann man nicht hören. Ja. Vielleicht hätte ich gesungen, vielleicht wäre es dann besser gewesen. Das ist, weil wir kein Videomaterial dazu haben. Ich sage dir, wenn ihr mich sehen könnt, wäre das alles ganz anders. Ich kann ja noch mal die alten Interview-Videos mit Michael Skippe verlinken. Das wird ja... Der Michael. Ja, ja. Der Michi. Nun, gut. Lass uns das Barca-Thema abhaken und lass uns ein bisschen nach vorne gucken. Und zwar nächste Runde Europa League Halbfinale und der Gegner heißt West Ham United. Krass. Hinspiel 28. Vierter in London. Rückspiel 5. Vierter in Frankfurt logischerweise. Und ich glaube, der allergrößte Unterschied zwischen Barcelona und West Ham ist, dass die dieses Thema halt einfach fucking ernst nehmen. also den letzten Titel, den West Ham, also den letzten richtigen Titel, wenn du mal so englischer Zweitligameister und so weiter rausnimmst, den letzten richtigen Titel, den die gewonnen haben, war 1980, also in der Saison 79, 80, sind sie englischer Pokalsieger geworden, danach nix mehr. Die haben halt auch richtig Bock auf den Titel, die nehmen diese Geschichte fucking ernst. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, die spielen einen ganz anderen Fußball. Also gegen spanische Mannschaften, ich glaube, wer hat das eingangs auch schon gesagt, also spanische Mannschaften sehen gegen deutsche Mannschaften oft blass aus, weil wir mit einer anderen körperlichen Härte da reingehen können. Das war auch das Problem, was Barcelona in beiden Spielen hatte. Die Eintracht ist früh draufgegangen, die haben die hart gepresst, die sind körperlich dagegen gegangen, da haben hier Tiki Taka keinen Bock drauf. Das ist kein Spiel, was ein Xavi kann. England juckt das nicht. Nee. Und West Ham wird es Bums sein, ob Martin Hinteregger seinen Körper reinstellt oder nicht, da heult keiner von den Spielern nach der zehnten Minute und sagt, die sind ja immer so hart. Im Gegenteil. Das ist so, ja. Genau. Also das wird ein, das hört sich jetzt total bescheuert an, aber das wird ein viel, viel schwierigeres Spiel wie gegen Barcelona. Weil für Barcelona war das der Scheißegal-Pokal, für uns ist es das Größte. Für West Ham ist es leider auch das Größte. Und deren Spielanlage ist unserer ähnlicher wie dieses Passspiel von Barcelona. So, da trittst du halt den 17-Jährigen im Mittelfeld zweimal auf die Füße, dann haben die Respekt. Den Respekt werden wir in West Ham nicht haben. Ne, 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 die treten dir vorher zweimal auf die Füße. Genau, genau. Also völlig andere Ausgangssituation und also man mag mich jetzt, keine Ahnung, als, also ich mag Barcelona nicht schlechtreden, aber für mich ist das, für mich ist das absolut das schwierigere Spiel. Ja, also von der Qualität her sicherlich auch schon, man muss sagen, ist einfach was, ich glaube, hier können wir durch diese Härte, ihr habt es richtig gesagt, nichts gewinnen, sondern hier musst du im Endeffekt darauf hoffen, dass du irgendwie auch wieder so effizient deine Chancen verwertest, weil es einfach super körperlich sein wird, dieses ganze Spiel. Also ich denke auch, da bin ich voll bei euch, das wird eine richtig, richtig harte Kiste. Und um nochmal auch das Thema Zuschauer kurz aufzugreifen, wir haben ja aktuell eine maximale Kapazität wohl von 60.000 in der Euroleague, heißt 3.000 Gästetickets. Also das Stadion fasst 60.000 und du wirst da nicht mehr als diese 50% für die Auswärtstickets kriegen. Ist wohl auch schon, ich habe das in meiner Kieler App vorhin gesehen, dass das wohl jetzt der Vorverkauf für diese Tickets konntest du jetzt machen, 3.000, ja genau, genau, startet morgen und das sind wohl 3.000 stand da drin. Du wirst auch sonst nichts kriegen. Also schwierig. Ich habe mal geguckt, 60.000 ist reguläre Stadiongröße, die hatten vor Corona, weil du kannst natürlich die letzten zwei Jahre jetzt nicht so richtig nehmen, hatten die quasi immer einen Schnitt von 56.000, 57.000. Also da ist die Bude halt einfach voll. Die werden da auch Bock drauf haben. Ja, das ist es nämlich, genau. Ich glaube sogar, dass die auch Bock auf die Eintracht haben, weil es halt auch, also ich glaube, wir sind einfach auch ein attraktiver Gegner. Ja, also da wird auf jeden Fall eine ganz andere Stimmung im Stadion sein als gegen Barca und da haben die wahrscheinlich einfach auch Bock drauf, weil die ganz genau wissen, die 3.000 Eintracht-Fans, die da Karten kaufen werden und die werden halt einfach weggehen, das ist vollkommen klar. Die werden laut sein, da hast du eine ordentliche Stimmung drin, das ist das, was die halt eigentlich auch wollen. Den Spielern wird das entgegenkommen, weil wie gesagt, für die geht da halt auch noch, geht es halt um was, die können mit der Körperlichkeit mit umgehen, die werden komplett anders da agieren. Also es wird halt einfach schon ein geiles Spiel, aber es wird halt auch ein extrem hartes und anstrengendes Spiel oder zwei anstrengende Spiele. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die im Rückspiel Lyon so wegfrühstücken mit 3-0, das war ja schon auch. Ja, das war auch so der Punkt nach dem 1-1, da habe ich halt auch gedacht, okay, die tun sich halt schwer, die gehen zumindestens in die Verlängerung, weil sie ja dann auch in der Runde davor gegen Sevilla es dann nachher erst in der Verlängerung auch klar gemacht haben. Aber die waren ja sehr deutlich gegen Lyon. Ich weiß jetzt nicht, ob Lyon einfach einen schlechten Tag hatte seit dem Zeitpunkt, aber war schon eine ordentliche Nummer. Da hast du halt auch gemerkt, wenn die mal so richtig ins Rollen kommen, huiuiui. Ja, aber unterm Strich, also klar sind wir nicht der Favorit in dem Spiel, aber wir müssen uns in diesem Europa einfach vor gar nichts mehr verstecken. ja, wir sind glaube ich auch mittlerweile in der Euroleague, Ja, also das ist definitiv. Das Spiel ist nicht unmöglich zu gewinnen und die Chance ins Finale einzuziehen, ist halt auch einfach mal realistisch betrachtet unsere letzte Möglichkeit nächstes Jahr international zu spielen. Und wer nächstes Jahr nochmal Bock auf sowas hat, der muss jetzt einfach da nochmal alles reinwerfen. Und es ist wieder eine Möglichkeit für gerade die Leute, die ja wahrscheinlich auch zum Verkauf stehen, sich auf internationaler Bühne zu präsentieren. Also auch ein Kostic wird seinen Marktwert nochmal untermauert haben. Nach dem Barca-Spiel auf jeden Fall. Safe. Hätte ich fast eher die Befürchtung, dass dann der ein oder andere, der vielleicht bislang noch nicht so sehr auf irgendwelchen europäischen Beobachtungslisten waren, da jetzt noch weiter oder erst recht draufgerutscht ist. Also es wird halt dann auch nochmal spannend. Aber wenn klar, es sind jetzt noch zwei Spiele bis zum Finale, da musst du halt jetzt nochmal irgendwie dich richtig reinhängen und dann hast du halt was richtig Großes geschaffen, auch in dieser Saison wieder. und hast dann auch, ich sag mal, wenn du es bis ins Finale schaffst, hast du auch eine sehr realistische Chance, das halt einmal durchzuziehen und dann am Ende diesen Pokal mitzunehmen. Wie du schon so richtig gesagt hast, Alex, unmöglich ist da jetzt nichts. Du musst halt einfach auch wieder komplette 90 Minuten konzentriert sein. Ja, aber jetzt ganz kurz dazu nochmal, Alex, ganz kurz nur ein Punkt dazu. Da geht es mir am meisten auf die Eier, dass der Schiedsrichter da diese 100.000 Minuten hat nachspielen lassen, Endika dann dieses blöde Foul noch macht in der letzten Minute, weil es ging eh um nichts mehr, in Anführungszeichen. Dann holt er sich da die gelb-rote Karte ab, fehlt jetzt im Hinspiel. Ja. Das nervt halt, weil ich glaube schon, dass das auch jemand ist, der hier sehr gut mit dieser, durch sein Tempo und so weiter, hat ja bis jetzt auch super Spiele gemacht, Endika. Deshalb, ich glaube, der wird uns beim Hinspiel auch ganz schön fehlen. Der wird uns ja richtig. Das nervt wirklich. Ja, wobei, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das weniger wehtut, wie die rote Karte von Tutor gegen Barcelona. Ja. Also ich finde, Endika ist leichter oder besser zu ersetzen wie Tutor. Du bist nicht so alternativlos auf der Position, wobei man sagen muss, Touré hat das auch ordentlich gemacht. Hätte ich aber null mit gerechnet. Super. Also vor dem Spiel hatte ich halt auch gedacht, so alter Touré, leck mal am Arsch, ich hätte ja alles gemacht, aber nicht Touré, weil den habe ich halt auch einfach seit 100 Jahren nicht mehr spielen sehen. Die Spiele, die ich im Kopf hatte, die waren alle nicht zu 100% überzeugend, der hat eine Bombenleistung gemacht. Aber Endika kannst du halt immer wieder kompensieren, indem du sagst, Hinteregger auf die Position, der hat halt auch einen linken Fuß, hast Säbel in die Mitte und du hast Tutor auf rechts. Das ist halt die einfachste Möglichkeit, ohne dass du wirklich... Ja, wobei, also ja, wäre auch meine Variante und ist auch die wahrscheinlichste und dann hast du auch jemanden mit unwahrscheinlich viel Erfahrung und jemanden, der auch überhaupt kein Problem damit hat, mal in so einen Zweikampf irgendwie einzusteigen und sich damit irgendeinem zu betteln. Aber du hast halt auch mit Hasebe jemanden, der jetzt nicht gerade für Geschwindigkeit steht an der Stelle. Hasebe hat Auge. Ja. Ja. Aber hat mir auch also leider nicht mehr so diese absolute geniale Konsistenz oder wie soll ich das nennen? Einfach hat einfach doch jetzt in den letzten Spielen, wenn er mal gespielt hatte, auch immer mal seine Schwächen gezeigt. Ich hoffe einfach, dass West Ham das jetzt nicht in so einem Spiel dann ausnutzt. Es tut mir einfach, das ist einfach, es nervt mich an sich, dass wir hier bei diesem wichtigen Spiel dann durch so eine blöde Szene in der, was weiß ich, was war es denn dann, 100, fünfte Minute so ungefähr. Ja, 98. Also wirklich, dass dann dann noch so eine blöde Situation noch entsteht, dass dir dann so ein wichtiger Spieler ausfällt. Klar, ihr habt recht, er ist irgendwie auch kompensierbar und es wird auch irgendwie funktionieren. Es nervt mich halt einfach, sowas Unnötiges und, aber gut, wie gesagt, jetzt müssen wir eh damit arbeiten und Klaasner hat gezeigt, ihr habt es richtig gesagt, ich hätte auch gedacht, oh Gott, Touré, oh nee, was ist denn hier los? Und am Ende haben wir uns auch total überrascht und genial. Ja, ich glaube, man darf aber halt auch nicht vergessen und das wäre etwas, wo ich auch bei Barca, bei West Ham sagen würde, dass das da auch zutrifft. Das ist halt diese Art von Spiel, wo du halt von vornherein mit 30 Prozent mehr Motivation in dieses Spiel reingehst, ohne dass du auch nur einen Ton zu dem Menschen vorher sagen musst. Ja, und du wirst halt auch vom Rest der Mannschaft einfach krass mitgezogen. Ja. Touré hatte es leichter gehabt, gegen Barcelona ein gutes Spiel zu machen, als zum Beispiel Rustic, der mal wieder eine Chance gegen Berlin bekommen hat, von der ersten Minute an zu spielen. Ja. In einem Spiel, wo es sowieso schwer ist, den Schalter umzulegen, aber dann hätte er derjenige sein müssen, der den Rest mitzieht. Und Touré konnte sich hier einfach in eine Mannschaft fallen lassen, die krass motiviert ist bis in die Haarspitzen und sich in Anführungszeichen einfach mitziehen lassen. Ja, ist richtig. Alle, die jetzt gegen Berlin gespielt haben und die gegen Barcelona nicht gespielt haben, die da ihre Chance bekommen haben, die hätten halt überperformen müssen, um den Rest mitzuziehen. Ja. Und das hat halt da leider keiner geschafft. Ja, ist richtig. Von daher glaube ich schon, dass es durchaus einfach ist, diesen fehlenden Dika da zu kompensieren. Ich würde mich allerdings, und da stimme ich dir vollkommen zu, Dennis, ich würde mich da auch wesentlich wohler fühlen, wenn halt einfach diese erste Elf, und das muss man halt auch dazu sagen, das haben wir ja bei dem von Alex eben angesprochenen Spiel gegen Union wieder gesehen, so die erste Mannschaft, die funktioniert, da passt alles und sobald da halt irgendwie Wechsel drin sind, wird es halt schon ein extremer Qualitätsabfall, von daher wäre ich da halt auch beruhigter, wenn halt einfach die komplette erste Elf da fit ist. Gut. Aber wer fehlt, Jakic fehlt auch, oder? Wieso denn das? Hat der fünf, hat der gelb, Der war gelb vorbelastet, oder? Ja, aber die gelben Karten, sehe ich das verkehrt. Ja, die gelben Karten sind aber nach dem Viertelfinale alle ersetzt worden. Hätte Indica nur die gelbe Karte gehabt, wäre das alles vollkommen fein gewesen, weil die sind alle nach dem Viertelfinale genullt worden. Gelb-rot halt blöderweise nicht. Naja, klar. Ja, dann hoffen, dass So wieder fit wird. Ja, das wäre extrem wichtig, So, und ich weiß nicht, wie es bei Trapp ist, der hatte ja auch jetzt hier irgendwie die Handgelenk und so weiter. Der konnte gestern schon wieder hier Klavier spielen für die Liebste. Ah, ja, wenn man noch Klavier spielen kann, dann kann man auch Fußball spielen, hervorragend. Nein, aber gut, ich sage mal, wenn es dann soweit ist, auch mit dem Spiel, dann werden wir sicherlich nochmal Wir werden nächste Woche Aufstellung in Ruhe drüber sprechen. Yes, yes. Da wissen wir auch, wer zur Verfügung steht. Aber ihr habt recht, obwohl ich auch da sagen muss, für So nach der Leistung von Rode, die mir auch sehr gut gefallen hat. Ja, Rode war mega, aber zweimal hintereinander so eine Nummer abreißen, glaube ich nicht. Ja, aber du hast ja auch gesehen, also der hat sich ja ab der 60. Minute hat der sich ja über den Platz gequält. Ja, gut, der war halt ein laufender Krampf. Ja, genau. Da reicht es halt einfach nicht mehr für 90 Minuten. Und deswegen, also, es ist schon gut, wenn es so wieder fit ist. Ja, definitiv. Weil Rode ist halt auch, also er kann halt im Abschlusstraining, das ist so ein, der ist so ein bisschen, so ein bisschen Glasmensch für mich. Da kann immer was kaputt gehen. Ja, gut, er ist halt einfach doch stark vorbelastet, das merkst du halt an der Stelle schon. Aber er ist halt auch ein Kämpfer. Also der beißt sich dann da halt auch durch. Ja, vollkommen egal, wie verkrampft das Bein ist und wie sehr der Muskel schmerzt, der schmeißt sich halt dann trotzdem noch in den Zweikampf da rein. Rode ist ein guter Einwechselspieler, was ja auch viele nicht können. Er ist sofort mit 110 Prozent auf dem Platz. Wenn ich mir da angucke, wenn jemand wie ein Kamada nicht von Anfang an spielt, dann kannst du das eigentlich oft ganz lassen. Ja, und ich glaube, Rode hat halt auch noch den Vorteil, selbst dann, wenn es körperlich gerade nicht optimal läuft, der ist halt geistig auf dem Platz. Und das ist halt auch so eine Thematik, die du nicht außen vor lassen kannst. Da so 90 oder jetzt 100 Eppes-Minuten die Konzentration aufrecht zu halten, das ist halt auch extrem anstrengend und da hat halt Rode vielen, finde ich, noch was voraus. Wir werden sehen, wer spielen kann. Wir werden da auf jeden Fall Wann ist das? Am 28. Genau, nächste Woche, Donnerstag, also am 28. 21 Uhr ist das Hinspiel in London und dann 5. Mai 21 Uhr das Rückspiel in Frankfurt. Ja, jetzt am Samstag auch erst nochmal hier Hoffenheim. Genau, jetzt erstmal am vergangenen Sonntag Union, Frau Alex. Ja, aber das dachte ich, haben wir schon jetzt abgehandelt. Haben wir doch drüber gesprochen. Union war nicht so gut, Hoffenheim wird nicht so schön. Weiter geht's. Zu viele Wechsel, genau. Ja, zu viele Wechsel. Ja, also das ist halt Fluch und Segen. Also du musstest halt auf verschiedenen Positionen wechseln und ich glaube, dass das Spiel gegen Barcelona einfach nicht nur körperlich viel Kraft gekostet hat, sondern sowas macht halt mental einfach auch was mit dir. Deswegen, was eigentlich was eigentlich der richtige Move frischen, so ein bisschen frischen Geist auch reinzubringen, aber die Leute, die da frisch reingekommen sind, die hätten diejenigen, die hätten so ein bisschen das Leadership auf dem Platz sein müssen und die anderen mitreißen müssen, auch aus dem Spiel was Geiles zu machen. Aber das haben sie halt nicht geschafft. Ja. Ja. Und deswegen Story schnell erzählt. Ja. So ein Und dann so ein Pacienzchen, also der hat den Barcelona gefeiert wie ein Wilder. Der hat, aber bei Union hat er seine Chance gehabt, Taten irgendwie mal folgen zu lassen. Weil der hat nicht eine Minute gespielt. Ich glaube, also der Einzige, den man angemerkt hat, dass er motiviert zur Sache gegangen ist, war aus meiner Sicht Ragnar Ache. Und da sieht man halt, dass Motivation alleine dann doch nicht alles ist. Aber ich habe mir, also von einem von einem Rustic habe ich mir mehr versprochen und von einem Pacienzjahr auch. Also gerade von den beiden, die haben halt noch einen relativ hohen Stellenwert bei mir. Und bei denen glaube ich einfach, dass sie, ja, durch wenig Einsatzzeiten momentan ein bisschen underperformen oder halt zu mehr Leistung in der Lage sind. Und das haben sie nicht gezeigt. Das hat mich ein bisschen enttäuscht, weil da hätte ich mir gewünscht, dass es besser geht. Aber da hast du recht, das war kollektiv eine Lulli-Leistung und da haben sie alle gemeinschaftlich verloren. Dann noch diese, also der Mist mit dieser sehr, sehr strittigen Szene vor dem 1-0. Also meiner Meinung nach, wenn er da so dranhängt, kann man das schon mal. Also ich finde, das kannst du schon auch pfeifen. Und wenn du dann, also kannst du, kannst du pfeifen, weil der Arm einfach oben auf der Schulter war. Aber am Ende des Tages ist das halt auch Martin Hinteregger. Ich wollte gerade sagen, also mir wäre es tatsächlich, auch in Anbetracht der Tatsache, also dass es ein Innenverteidiger ist, der einfach groß und kräftig ist, mir wäre es zu wenig gewesen. Und ich finde, das wird halt oftmals so dargestellt, als wäre das ein glasklares Foulspiel gewesen und das war es halt. Ja, der hat seinen Arm da oben, aber ja, also mir war es, mir war es selbst mit Eintracht-Brille war es mir ein bisschen wegen. Ja, das war auch der Moment, wo ich auch gedacht habe, also im ersten Moment habe ich auch gedacht, von wegen, der reißt den doch weg. Und dann habe ich die Wiederholung gesehen und habe halt gesehen, okay, er hat den Arm auf der Schulter und ja, er zieht, aber dann genau der Punkt, den du auch hast, du hast halt dann einen Hinteregger, der halt auch mit komplettem Körpereinsatz dann auch gerne mal in so einen Zweikampf geht, der halt auch gerne einfach mal so den Ticken drüber ist, den es an der Stelle dann vielleicht einfach auch braucht. und das musst du dann an dieser Stelle finde ich halt auch so ein bisschen in so eine Bewertung mit einziehen oder mit einfließen lassen und da wäre es mir an der Stelle in der Sekunde halt auch zu wenig gewesen. Er hätte die Gemüter wahrscheinlich einfach beruhigen können, indem er sagt von wegen, okay, komm, ich gehe nochmal raus an den Monitor, ich gucke es mir nochmal an, weil er vielleicht auch nicht so 100% optimal stand, aber es hätte mir jetzt an der Stelle halt auch nicht gereicht. Na gut, es war halt auch keine klare Fehlentscheidung, das heißt, VAR hat dann halt auch nicht überstimmt, also er hat ja lediglich vielleicht gesagt, er hat ja die Hand an der Schulter gehabt und dann wieder gesagt, habe ich gesehen, das reicht mir nicht und wie er schon sagt, aber es hat ja diese Gesamt, das Blöde ist auch, es war ja noch so dieses, was dahinter noch passiert ist, das heißt, da war diese Szene mit Hinteregger, dann läuft er aufs Tor zu, dann ist auch irgendwie Graal ein bisschen, hat mir zumindest in meinen Augen, was ich so gesehen hatte, dann so ein bisschen irritiert auch, geht auch nicht so 100%ig mit dieser endgültigen Entschlossenheit hin, mag auch daran liegen, dass er es einfach nicht besser hätte machen können und vielleicht auch der Firma von Union das dann besonders gut gemacht hat, aber wie gesagt, ich finde, das ist dann so diese ganze Kette und dann war es halt einfach Mist. Der Ball kommt halt dann blöd auch auf und ich finde es auch, man kann jetzt dann auch Graal da keinen Vorwurf machen, ich meine, du musst halt auch bedenken, er ist die Nummer 3, die man halt einfach geholt hat, weil man gesagt hat, wir wollen da jemanden, wo wir uns ziemlich sicher sein können, wenn wir ihn reinwerfen, weil die anderen beiden nicht können, dass er ein guter Torhüter ist, aber ihm fehlt halt einfach auch Spielpraxis. Ich finde, der hat das gar nicht so schlecht gemacht. Das wollte ich halt auch gerade sagen. Hat er ordentlich gemacht. Hat er ordentlich gemacht. Also er hat ein ordentliches Spiel gemacht, also ich finde, was man auch ganz gut gesehen hat, dass er ist auch nicht ganz so unbegabt am Ball, also der ist auch in der Lage, einen ordentlichen Pass zu spielen, also dafür, dass wir da mit unserem dritten Torhüter, ich fand, du hast nicht gemerkt, dass du da mit unserem dritten Torhüter am Start bist, weil klar, es ist kein Kevin Trapp, dem fehlt halt auch, wie ich schon gesagt habe, die Spielpraxis, Ja, du musst halt auch bedenken, Kevin Trapp ist halt auch gerade wieder auf so einem absoluten Hochleistungsniveau unterwegs. Du vergleichst halt auch automatisch direkt die beiden miteinander und hat halt Karl einfach momentan keine Chance in diesem Vergleich. Ja, ist halt so. Ja, aber ging mir genauso wie dir. Also ich bin auch schon bei der Szene mit Hinteregger pöbelnd auf der Couch aufgesprungen im ersten Moment so Und als ich dann die Wiederholung gesehen habe, habe ich mich aber sehr dezent wieder hingesetzt und getan, als wäre nichts. Also in der Zeitlupe. Aber auch wild mit der Grillwurst auf der heimischen Couch rumgewedelt. Genau. Bis meine Frau mich böse angeguckt hat, dann habe ich es wieder gelassen. Alles gut, Schatz, war nichts. Aber finde ich dir das da nicht bezeichnend, dann auch bei dem, also diese erste Szene, okay, abgehakt, 1-0, das war dann so. Das 2-0, finde ich, ist dann wirklich so dieses, die Frische im Kopf, der letzte Wille. Ja. Da hast du doch ganz deutlich gesehen, dass da einfach so ein bisschen der Stecker gezogen hat. Ja, hast du gemerkt. Da brauchen die nicht mit bis außen hin, nicht konsequent ran. Ich fand, das hast du aber auch vorher schon gesehen, weil du halt gemerkt hast, okay, wir schaffen es irgendwie, uns dazwischen zu werfen und der zweite Ball landet immer bei Union. Da war halt keiner dabei, der mal irgendwie gedacht hat, so nach dem Motto, okay, pass auf, wenn wir das Ding verteidigen, dann wird der wahrscheinlich irgendwie in die Richtung, ich gehe schon mal irgendwie da hin und versuche den zweiten Ball und dann irgendwie schneller Konter. das haben die halt nicht hingekriegt. So, in der Kombination mit die A-Spieler, die halt auf dem Platz waren, die waren halt einfach fertig. Da hat es vielleicht noch für 60 Prozent gereicht und wie die Alex gesagt hat, die anderen haben halt nicht deutlich überperformt. Es wurde ein bisschen besser zum Ende hin, als dann auch ein Knauf und ein Kamada und so weiter wieder auf dem Feld. Wann hast du gemerkt, da ging es noch mal so ein bisschen, aber es hätte halt in keinster Weise an der da gereicht, zumal Union halt auch einfach ein sehr ekliger Gegner ist. So, die wissen ganz genau, wie sie so ein Spiel auch stören können. Die sind fies im Verteidigen. Die haben halt auch im Gegensatz zu uns einen schnellen Stürmer. So, ist halt doof. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht mit viel gerechnet und das klingt jetzt total doof. Das hat mich auch emotional nicht so krass gepackt. Also, die Saison ist bundesligatechnisch, die ist einfach gelaufen. Wenn man das im Nachhinein mal bewertet, finde ich das sehr schade, weil deutlich mehr drin gewesen wäre. Aber ich glaube, die nächste Saison wird eine ganz andere. Wir haben die Saison nicht in dem Spiel verkackt, sondern wir haben sie in den Spielen vorher, wo wir gegen Augsburg-Bielefeld und Hastel nicht gesehen die Punkte haben liegen lassen. Ja, die ersten fünf bis acht Spiele sowohl in der Hinrunde als auch in der Rückrunde. Da hätten wir Punkte sammeln können. Da war auch nichts mit englische Woche, Doppeltbelastung, wir haben DFB-Pokal, haben wir uns relativ schnell abgemeldet. Das war alles. Da wären Punkte zu holen gewesen. Dann konntest du auch so einen Saison ausklangen, wo es hart wird, weil du im April immer noch international dabei bist. Kannst du das auch ein bisschen lockerer wegstecken. Das Thema ist jetzt durch. Ich finde es halt kacke, ich habe gar keinen Bock. Also wer will denn bitte Freiburg europäisch sehen? Was ist denn da los? Also ich bete wirklich tagtäglich, dass wir es über die Euroleague schaffen, uns für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Wäre halt wichtig. Weil es wäre schade, wenn wir das nächstes Jahr nicht hätten. Ja. Aber ich glaube, da kommen nächstes Jahr ein paar geile Spielertypen dazu. Ja, wobei, da bin ich halt auch wieder so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite wolltest du es gerade sagen, da kommen ein paar geile Spieler, mit denen natürlich dann in Europa nochmal ein ganz anderes Auftreten möglich wäre. Auf der anderen Seite hast du wahrscheinlich auch einen relativ großen Umbruch im Kader und dann so eine Saison, wo du dich halt wirklich nicht auf drei Wettbewerbe, sondern auf zwei, einen Wettbewerb und dann einen vernünftigen Kaderaufbau irgendwie konzentrieren kannst, fände ich vielleicht auch nicht so verkehrt. Also ich bin da noch ein bisschen hin und her gerissen. Nee, ich bin gar nicht, ich bin gar nicht so, ich bin nicht so der Umbruchstyp. Weil wir haben jetzt eine stabile sportliche Führung, was letztes Jahr nicht mehr der Fall war. Das ist richtig. Und wir werden drei, vier, fünf Neuzugänge haben und wir werden an gesicherten Abgängen, also Kostic, denke ich, ist safe weg. Und Dika ist safe weg. Ja. Und wenn es nach mir geht, ist Kamada noch weg. Beim Rest bin ich sehr guter Dinge, dass sie bleiben. Und das restliche Gerüst ist halt einfach auch geil, was du verstärkst, dadurch, dass du mit Knauf jetzt endlich eine Alternative auf der rechten Seite hast, was du mit neuen Innenverteidigern versuchst mit zu untermauern, was du versuchst mit einem endlich Mittelstürmer neben Bore mit versuchst aufzubauen. ja, also ich finde, der Umbruch ist gar nicht mehr so riesig. Du verlierst zwei Stammspieler, vielleicht drei Stammspieler. Das ist kein Riesenumbruch und deswegen wäre es halt geil, nächstes Jahr europäisch dabei zu sein, weil dann kannst du halt dann kannst du halt auch den nächsten Schritt so ein bisschen machen und ein bisschen gesettelter auftreten. Ich will nicht nochmal so ein Gageljahr haben wie dieses. Ja. Viel wahres dran, ja. Ich bin noch deswegen finde ich es halt schade, dass die Saison so ein bisschen hergeschenkt ist, aber da finde ich dir ja vollkommen zu, wenn du dir die Tabelle anguckst und auch anguckst, wie der Verlauf über die Saison war. Ich hab's ja schon mehrmals gesagt. Was haben die denn da verloren, Mann? Es war eine wahnsinnig einfache Saison, wenn du einfach zwei, drei Spiele gegen so ein paar Dulli-Gegner konzentrierter gewesen wärst, dann wärst du jetzt voll mit da vorne drin. Und das ist das, was mich halt einfach ärgert. Das ist das zweite Jahr in Folge, wo es wahrscheinlich so einfach wie noch nie gewesen wäre, europäische Ränge zu erreichen und wir haben's halt an der Stelle wieder verkackt. Das ist das, was mich ärgert. Dass du gegen Union 2-0 verlierst, fair enough. Dass dich wahrscheinlich am Ende die letzten vier Spieltage keinen mehr großartig interessieren, außer noch irgendwie jetzt diesen Tabellenplatz halten, damit du in der Fernsehgeldtabelle nicht weiter nach unten rutschst und am Ende des Tages noch vor Gladbach stehst. Das ist jetzt das einzige Ziel noch, aber so richtig großes Interesse. Eigentlich ist es doch, eigentlich ist es jedes Jahr so, dass wir es safe hinten raus verkacken. Also keine Ahnung, wann war das? Vor drei Jahren? Hätten wir dann einen DFB-Pokal nicht gewonnen, wären wir europäisch nicht dabei gewesen. Da hat Stuttgart in seiner Kabine schon gejubelt, dass sie nach Europa fahren. Da mussten wir einen DFB-Pokal gewinnen. Dann letztes Jahr waren wir, genau, letztes Jahr waren wir eigentlich gesichert in den Champions-League-Rängen über die ganze Saison hinweg und dann kommt einfach fucking Dortmund, die zehn Punkte hinter uns sind und zieht nochmal an uns vorbei. Genauso verkackt. Dann haben wir statt Champions-League-Euro-League gespielt, was ja jetzt auch geil war, wenn ich jetzt gar nicht kleinreden. Und dieses Jahr verkacken wir es einfach über die ganze Saison so, dass wir überhaupt nicht mehr drüber nachdenken, am Ende der Saison noch oben mit dabei zu sein. Also in den letzten Monaten, im April, reißt die Eintracht das Ruder nicht mehr rum. So, die Plätze müssen dann schon gesichert sein, dass man es so über die Ziellinie mit Ach und Krach schleppt. Ja, das können wir nicht. Ja, aber gut, da sind wir ja wieder bei der Kaderplanung und was wir schon gesagt haben, ohne Stürmer im Endeffekt eine Saison gespielt oder ohne Stürmer ist hart gesagt, aber ohne den effektiven 15-Tor-Stürmer, den wir eigentlich hier brauchen. Ohne Knipser, genau. Schwierig, aber ich muss schon sagen, ich war schon ein bisschen traurig, weil auch wenn das jetzt hier am Ende jetzt nochmal eine knappe Kiste geworden wäre und du wahrscheinlich es dann auf der Zielgeraden auch wieder verkackt hättest, wie er gesagt hat, mit den Eingeplanten hättest du jetzt gegen Union wirklich drei Punkte noch geholt und es ist immer möglich, auch Union ist ohne Kruse und Co. einfach nicht so teilweise effektiv gewesen. Es ist schon machbar auch, auch wenn sie jetzt mal drei Spiele wieder in Folge gewonnen haben. Die haben sehr viele Punkte auch liegen lassen zwischendrin. Keine unschlagbare Mannschaft und da nervt es mich natürlich schon, weil wenn du dann schaust, dann hättest du 42 Punkte, wahrscheinlich reicht Rang sieben, um europäisch zu spielen. Das heißt, du wärst wirklich nochmal mit vier Punkten dran gewesen. Jetzt ist das Ding, ist der Käse gegessen. Du brauchst hier sieben Punkte oder was, um überhaupt mal wieder an Köln ranzukommen, acht um an Union wieder ranzukommen. Und das ist in vier Spielen so gut wie unmöglich. Wahrscheinlich geht es über den Rechner gar nicht, wenn du es eingeben würdest, weil ja die Mannschaften auch gegeneinander spielen. Aber es ist schwierig. Es ist wirklich, es ist wirklich, das nervt mich. Das ist eigentlich so, dass du, ihr habt es richtig gesagt, das war vorher schon unwahrscheinlich. Jetzt ist es eigentlich so gut wie unmöglich. Ja, wenn du die drei Punkte halt mitgenommen hättest, dann hättest du gesagt, so okay, da wäre nochmal irgendwie ein bisschen was drin gewesen. Aber, ja. Da wäre es ein bisschen spannender einfach nochmal am Ende gewesen. Ihr habt es richtig gesagt, das ist jetzt eher so, jetzt spielst du halt noch die drei Spiele runter oder vier Spiele runter. Das ist ganz nett, aber mehr auch nicht. Es nervt halt so ein bisschen. Und diese Euphorie, ja, es ist natürlich schon so. Irgendwo habe ich gelesen, die Zitronen sind leer oder auch Klaasner hat ja gesagt, er will die Mannschaft in Schutz nehmen, weil einfach, die waren jetzt einfach leer und platt und was weiß ich. Ja, aber die Leistung, es hat halt wirklich, da ist ja gar nichts zusammengekommen bei dem Union-Spiel. Ich weiß gar nicht, ob man wirklich richtig mal aufs Tor was gefährlich ist. Ich kann mich jetzt gar nicht so richtig an richtig was Gefährliches aufs Union der Tor erinnern und das ist dann schon irgendwie bitter. Es ist einfach schade, dass das dann so diese letzte, der Hauch der Chance so komplett, da funktioniert jetzt nichts mehr und die Mannschaft, aber das zeigt auch, dass der Kader einfach dann für diese Doppelleistung nicht breit genug ist. Und das ist, also das ist einfach zumindest genug Spieler hast du, aber in der Leistungsspitze, da sind zu krasse Unterschiede. Die Mannschaft, wie ihr auch richtig gesagt habt, ein Rustic, ein cooler Spieler, guten Schuss und so weiter, der kann aber dann auch in so einem Spiel super schwierig, dann hängt der auch einfach nur mit und du hast wieder den Eindruck, ach ja, Rustic, wenn der uns nächstes Jahr verlassen würde, wäre jetzt nichts Schlimmes. Ansonsten, wenn ich manchmal Spiele von dem gesehen habe, wo er aus der zweiten Reihe in eine sehr gut funktionierende Mannschaft reinkam, da hätte es mich richtig geärgert, wenn der im nächsten Jahr nicht für die Eintracht spielen würde. Und so ist das einfach, so bleibt jetzt so dieser fade Beigeschmack, jetzt müssen wir uns im Endeffekt, jetzt haben wir einen geilen Donnerstag gehabt, einen beschissenen Sonntag und jetzt müssen wir gucken, ja, dass wir es einfach noch ordentlich runterspielen und in der Euroleague, wie er sagt, wenn du da ja gewinnst, ich weiß es gar nicht, bist du dann sogar nicht für die Gruppenphase oder für die Champions League sogar. Du bist im ersten Lostopf drin. Wahnsinn eigentlich. Und da ist die Chance wirklich nicht so mini, mini, mini. Mal schauen. Ja. Mal schauen. Obwohl im Champions League Finale gegen, in Sevilla gegen Leipzig wäre auch wirklich an Skurrilität nicht zu toppen. Wer ist da noch? Rangers, glaube ich, ne? Rangers, genau. Also das wäre halt, Rangers wäre halt richtig geil. die im Finale. Das wäre schon geil. Aber es gibt halt jetzt entweder ein Inselfinale oder ein deutsches Finale. Ja, stimmt. Also ich male jetzt mal, ich bin jetzt mal so ganz eklig drauf und male mal gerade das Horrorszenario dahin und sage, zweimal Finale mit Leipzig, einmal im Pokal Freiburg gegen Leipzig und einmal in der Euroleague wir gegen Leipzig und ich will am Ende wieder für uns noch... Aber warte mal, was passiert denn? ganz andere Rechnungen, was passiert denn, wenn wir die Euroleague gewinnen und Freiburg den Pokal? Dann ist Leipzig trotzdem wahrscheinlich Dritter in der Liga und für die Champions League qualifiziert. Also die spielen doch dann Champions League... Quali. Nee, Quatsch. Nee, Quali gibt es doch gar nicht mehr. Nee, nee. Also Freiburg ist momentan Fünfter und geht in die Euroleague, Union ist Sechster, geht in die Conference League. So, aber wenn wir ja die Euroleague gewinnen, haben wir dann einen fünften Champions League Platz? Und Freiburg, also Köln, der siebte, würde ja dann auch noch in die Conference League kommen, weil Freiburg ja den DFB-Pokal gewonnen hat. Ja, da kommt der siebte noch in die Conference League, genau. In irgendeine Quali... Also haben wir dann quasi acht europäische Starter? Das kann schon sein, ja, dass wir als... Ja, kann schon sein, kann schon sein. Kann natürlich auch sein, dass wenn Leipzig gewinnen würde, die Euroleague, dass dann der... Das ist einfach der fünfte sogar noch Champions League gespielt. Früher war es doch... Früher war es doch mal dann der Tabell... Nee, der zweite nicht mehr, ne? Ach, keine Ahnung. Du... Du sind Szenarien, die Eintracht soll einfach gewinnen und alles ist gut. Ja, das wäre am einfachsten. Das wäre am einfachsten. Ich will mir am Ende jedenfalls nicht sagen, dass Leipzig dann am Ende noch ein oder zwei Titel gewohlt hat und wir dann in irgendeiner Art und Weise daran beteiligt waren. Ekelhaft, auf keinen Fall. Das bitte nicht. Ja, vor allen Dingen, was ist das denn? Also, nee, ich will nicht nach Sevilla fliegen und mit Leipzig... Also, nein. Weg jetzt mal mit diesem Gedanken. Der Gewinner sichert sich zu den Platz in der Gruppenphase der UEFA Champions League, wenn er sich über den nationalen... Wenn er sich nicht über den nationalen Wettbewerb dafür qualifiziert hat. René, wir haben hier ganz viele Hörer, die das bestimmt sehr fleißig recherchieren, uns jetzt die Informationen zukommen lassen, wie es sich das genau verhält, wann wer welchen Platz noch bekommt und wir können das nächste Woche schön auflösen. Genau. Wer bekommt... Welchen Platz, wer kommt wohin und was müssen wir dafür tun, dass Leipzig wieder verschwindet? Das sind die drei Fragen, die ihr uns bitte beantworten müsst. Wie geht Leipzig wieder weg? Ja. Gibt es da auch was von Ratioform? Entschuldigung. Keine Werbung. Gut. Was habe ich noch hier auf meiner Liste? Hoffenheim. Wollen wir ein bisschen über Hoffenheim reden? Frau Alex. Ja, diese Bundesliga, also das sind halt jetzt auch echt... Das einzige Spiel, auf das ich tatsächlich noch Bock habe, ist Gladbach. Also ich hätte eigentlich noch ein bisschen Bock, Adi Hütter rauszuwerfen. Ja, das wäre jetzt dann die nächste Frage. Wird Adi Hütter zu dem Zeitpunkt, wo wir gegen Gladbach spielen, überhaupt noch Cheftrainer in Ort sein? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, der wird auch egal, wie das Spiel... Also ich glaube, der macht diese... der macht die Saison auf jeden Fall zu Ende, weil das macht auch... Gladbach kann nicht mehr absteigen, da geht nichts mehr. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, jetzt den Trainer rauszuwerfen und für die letzten drei Spiele... Genau, das machen sie zum Saisonwechsel. Also sie hätten jetzt nochmal eine Chance gehabt am Wochenende, nachdem sie gegen Köln 3-1 verloren haben, das wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Jetzt ist glaube ich... Aber auch da, ne? Also der Drops ist ja gelutscht für die. Was wollen die denn jetzt Hektik machen? Die haben jetzt alle Zeit der Welt, um einen neuen Trainer zu suchen und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das zur neuen Saison auch machen und für uns bleibt aber einfach nochmal die Möglichkeit, ihm zu zeigen, was er verpasst hat. Und auf das Spiel freue ich mich nochmal. Hoffenheim am Samstag wird nochmal eine ganz... ganz schwere Kost werden. Also das wird halt auch kein Spiel, indem wir die Sterne vom Himmel spielen. Da rechne ich auch mit nix. Wenn es gut läuft, gewinnen wir es. Wenn es schlecht läuft, verlieren wir es. Ist mir beides aber ehrlich gesagt tatsächlich ein bisschen Bums. Das werden aber jetzt schon auch anstrengende Wochen. Also jetzt am Samstag dann Hoffenheim, dann am Donnerstag Hinspiel West Ham, dann montags gegen Leverkusen, dann donnerstags das Rückspiel und dann Sonntag gegen Gladbach. Ja, und dann samstags, gegen Mainz meine ich. Genau. Das wird das Spiel sein. Ja. Also es wird schon arg eklig. Ja, es ist knackig, knackiges Programm auf jeden Fall. Ja. Aber gut, wie gesagt, da kannst du jetzt nur hoffen, dass du Hoffenheim noch den Einzug nach Europa versaust, indem du da Wochenende gewinnst. Das wäre noch ein schönes Ziel, ja. Das wäre sowas, da kannst du noch einen Haken dran machen. Das ist vielleicht eine Motivation. Nein, aber auch für Gladbach, weil ihr vorhin gesagt habt, die haben natürlich auch hier mit Freiburg und Leipzig in den nächsten zwei Spielen auch nicht unbedingt das leichteste Programm. Das kann schon sein, dass da die Führungsspitze nochmal unzufrieden ist, wenn er dann auch in Frankfurt nicht gewinnt. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Bleibt spannend. Aber ich sehe das noch ein bisschen ähnlich wie du, Alex, so richtig Hoffenheim. Also klar will man da jetzt irgendwie kein Spiel abschenken. Und das ist ja auch das, was Klaasner gesagt hat. Und am Ende ist es ja dann schon auch nochmal wichtig, dann auch einfach diesen zehnten Platz oder vielleicht nochmal irgendwie neunten oder achten zu kriegen. Auch allein fürs Ego und wahrscheinlich dann auch für die 2,50 Mark mehr Fernsehgeldprämie dann auch wichtig. Aber so richtig mit maximaler Motivation und dann auch noch gerade gegen Hoffenheim geht man da jetzt eigentlich ja nicht mehr zur Sache. Also ich zumindest nicht. Gleichfalls, ja. Schwierig, gerade nach dem, das ist halt, ihr habt es ja richtig gesagt, nach diesem Highlight von Donnerstag, so diesen Liga-Alltag, wo es eh schon schwierig ist und wo jetzt dann so Kackgegner kommen wie Hoffenheim. Also hast du halt, also da kann man es leider, kann man es sogar gut verstehen, dass da die Spieler nicht sagen, juhu, ich gebe jetzt hier die 120 Prozent, die ich im Camp Nou gegeben habe. Also das ist halt, das ist halt was anderes. Ist halt einfach so. Genau. Ist halt einfach so. Darf keiner böse sein. Aber gut, vielleicht haben wir, die SAP Arena ist halt kein Camp Nou. Ja, aber wir spielen ja daheim. Ich wollte gerade sagen, wir spielen daheim. Ach so. Hast du das Waldstadion gerade SAP Arena genommen? Entschuldigung. Ich werde dir heute Abend noch einen YouTube-Kommentar dazu schreiben. Du Wurm. Kann man sich ja nicht anhören, den Scheiß hier. Kann man sich nicht anhören, den Scheiß. Mann, Mann, Mann. Ich darf wieder spielen auswärts. Siehst du, so weit bin ich schon. So weit bin ich schon. Dann hätten wir ja hier Weißweinschorle im Gästeblock gehabt. Weißweinschorle. Soll warm werden, haben sie gesagt. Wäre so eine Weißweinschorle wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Wobei wir da gar nicht mehr Lachen brauchen, ne? Also bei uns im Block gibt es mittlerweile auch Rosé. Weißweinschorle. Was? Rosé? Ja. Was? Echt? Mich nervt diese, also dieses Stadion. Hab ich das noch nicht gesehen? Ja, hast du nicht gesehen. Unten bei euch im 40er gibt es auch Rosé. Diese Stadion-Bewirtung, die fuckt mich jeden Spiel. Rosé? Fuckt die mich so krass ab. Also jetzt haben wir einen neuen Bewirter da drin und das Einzige, was sich geändert hat, zusätzlich zum Bier, gibt es jetzt auch Rosé. Und bezahlen kann ich nur mit Mastercard. Obwohl da ein Kartenterminal ist, kann ich mit meiner EC-Karte da nichts anfangen. Leute, Leute. Ich glaube, da habe ich mich schon mal hier drüber auf. Da hast du dich schon mal auf. Da rede ich jede Woche drüber auf. Aber warum Rosé? Rosé ist doch auch so, weil du dich nicht einigen konntest, ob du rot oder weiß sein willst. Das war der einzige Grund, warum es Rosé ist. Sorry, wer geht denn in den Block und bestellt sich ein Rosé? Was stimmt denn nicht mit euch? Also. Ich werde dir ein Bild schicken nächsten Samstag. Siehst du, Dennis hat da irgendwie in seinem... Ich möchte dich unten im 40er mit dem Rosé sehen. einen kleinen Rosé schlürfen. Ich kann es mir lieber vorstellen. Dennis in so einem alt-rosa-farbenen Lacoste-Solo mit so einem hochgeklappten Kragen. Ja. Irgendwie noch irgendwie, weiß ich nicht, den, 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 den Plunder oder irgendwas so drüber gehängt, so leger vorne zusammengebunden und dann mit so einem Rosé-Gläschen in der Hand. Sehr schön. So stelle ich mir das vor. Ja. Ich werde, ich werde alles geben. Ich werde alles geben, ihr Lieben. Nein, nein, das kriegen wir hin. Aber jetzt, weil ihr sagt, gerade kurz wegen Stadionessen, Alex, in Barcelona, hör mir auf, was waren denn das erstens für Preise für diese, wir haben da irgendeine, was war das denn, irgendeine spanische Bratwurst, die auch noch kalt war, plus Getränk und es waren ja nur Softdrinks, eine kalte Bratwurst in so einem Brötchen, so eine Art, ja, ich nenne es jetzt mal, ein Hotdog war es nicht wirklich, sondern ich weiß auch gar nicht, was für eine Art Wurst das war, sollte 10 Euro, glaube ich, kosten. What? Und, ja, ja. Du hättest das Popcorn-Menü nehmen sollen. Popcorn und ein alkoholfreies Bier, 10, 10,50 Euro, das war im Angebot. Aber warum Popcorn und ein alkoholfreies Bier? Ist man da im Kino oder was, noch hier irgendwie Nachos mit Käsetipp oder was bestellt? Und vorm Anpfiff kommt der Eismann rein. Also, was ist denn hier los? Ja, also konntest du auch schon gut Geld auch lassen für einfach nur totalen Quatsch. Aber gut, so ist es halt. Ja, und ich habe immer nicht daran gedacht, dass international alkoholfreies Bier gibt, aber wir hatten Gott sei Dank, bevor wir auf das Stadiongelände, war so ein, war so ein, mit reingenommen. Da konnten wir uns noch einen schönen Rosé holen. Ne, da war hier so ein Straßenverkäufer, der Dosenbier verkauft hat, da haben wir uns noch mit eingedeckt. Sehr gut. Und haben die, also dadurch, dass wir nicht durchsucht wurden, ich habe tatsächlich... Bei der tollen Kontrolle. Genau. Also ich habe tatsächlich gutes Dosenbier mit reingenommen. Ja, mit so einer 24er Steige erst mal durch den Eingang gelaufen. Sehr cool. Ja, so ist das. Sehr schön. Es hätte dir gefallen, René. Ja, es hätte mir gefallen. Ja. Mir würde jetzt ein Ergebnistipp von euch gegen Hoffenheim gefallen. Ich bin so gnädig und sage, wir machen jetzt mal keine Aufstellung. Habe ich jetzt gerade keinen Bock zu. Ja. Ja, aber Tipp muss abgeben. Also mein Tipp, mein Tipp ist, ich tippe auf ein 1-1. Ah. So eins der guten Sorte oder eins der schlechteren Sorte? Richtig mieses 1-1. Eins der schlechteren Sorte. So ein richtig mieses 1-1. Okay. Ja, ja. Okay. Dennis, kannst du das toppen? Ja, klar, logisch. Also dadurch, dass die Motivation riesig sein wird, Hoffenheim die europäischen Plätze zu versauen. Was spielen wir denn? Ein 3-1 für die Antracht. Ein 3-1. Keine Ahnung, wer die Tore schießen soll. Naja, wir haben ja genug, die jetzt hier heißen. Kostic will noch sich ein bisschen zeigen. Und wenn wir hier unseren Freund, wer könnte denn noch vorne mal treffen? Hier, Boree hat sich da jetzt warm geschossen. Der kann da jetzt Traumtörchen schießen. Ich würde gerade sagen, das war aber auch ein geiles Ding da. Ja. War schon nicht schlecht. Der war schon geil. Lindström könnte auch mal wieder eins machen. Also, Lindström fände ich auch mal wieder gut, ja. Und dem Knauf, wo die es auch noch können. René? 2-2. Ach gut, okay. Ich weiß nicht, irgendwie... Wer soll denn die Tore für Hoffenheim schießen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, wer bei Hoffenheim spielt. Kramaric. Ist der wieder fit? Wahrscheinlich, ne? I guess. Ja, der Spiel hat auf jeden Fall gespielt am Wochenende. Ja, dann. Kramaric immer gut. Bebu vorne. Ja. Schon so ein paar Nasen, die dann Tore machen könnten. Aber gut, müssen wir einfach mal wieder auf die Leistung. Skov würde auch noch irgendwie passen. Also, da sind wahrscheinlich schon ein paar dabei, die immer so das Glück haben, gegen die Eintracht irgendwie ein Tor zu machen. Wir schauen mal. Aber hoffen wir einfach mal, dass es ein wundervoller Eintrachtssieg wird. Und dadurch Hoffenheim leider, leider, leider einen Schritt weg rückt von Europa. Weil das ist wirklich noch schwerer zu tragen. Das ist so dein großes Lebensziel. Du willst Hoffenheim die Internationalen. Nicht-Europäisch sehen. Naja, irgendwoher musst du halt jetzt deine Motivation ziehen, ne? Ja, ist richtig. Der Dennis hat wenigstens einen Punkt gefunden. Ich habe es noch nicht geschafft, mir meinen Motivationsschub zu holen. Weder der Rosé ist es bei mir. Weiß auch nicht, wie ich da hinkomme. Also klar, Freiburg nochmal eine andere Nummer, aber die hätten sie es trotzdem halt auch mehr verdient, einfach auch aufgrund der konstanten Arbeit. Und weil man mit Freiburg dann doch nochmal irgendwie ein bisschen mehr verdient, international zu fahren als jetzt Hoffenheim. Jo, jo, jo. Dem kann ich mich wirklich komplett anschließen. Nun gut. Nein, aber mit der Aufstellung, weil du gesagt hast, wir umgehen die Aufstellung. Hoffen wir einfach mal, dass wir wieder mehr Akteure des Barcelona-Spiels auf dem Platz von Anfang an sehen. Ja, das ist vielleicht wirklich noch so ein bisschen die spannende Frage, wie Klaasner da jetzt rangeht. Ich denke aber schon, dass wir da mehr sehen werden. Einfach, dass du wieder ein bisschen Spielpraxis bekommst. Ich hoffe auch, dass So und... Ich glaube auch, dass das wichtig ist. ...dass Trap dann da wieder fit sind und auch spielen können. Wobei bei So könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht nochmal irgendwie eine Pause kriegt, je nachdem, wenn er noch nicht ganz fit ist. Der wäre für das West-Them-Spiel schon deutlich wichtiger. Vielleicht dann eher nochmal eingewechselt, dass er nochmal so ein bisschen Spielpraxis mitnehmen kann. Ja, das wäre halt schon einfach auch ganz wichtig. Und dann werden wir uns nächste Woche nochmal intensiv dann mit der Aufstellung gegen West-Them beschäftigen. Und dann stehen da ja auch noch so ein paar Ligaspiel an. Ja, so ist es. Habt ihr noch was? Nada. Nada. Nein, nein. Gut. Dann biegen wir mal auf die Zielgerade ein. Und ich habe noch eine ganz uneigennützige... Nein, stimmt nicht. Ich habe eine sehr eigennützige Frage an dieser Stelle noch. Dieses wunderbare Rückspiel gegen West-Them United, ich will jetzt hier nicht auf die Tränendrüse drücken, aber das findet zufälligerweise an meinem Geburtstag statt. Ich werde versuchen, an Karten zu kommen. Falls aber irgendwer, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, zufälligerweise eine Karte übrig hat und mir die in einem absolut angemessenen Tauschhandel Karte gegen Geld zur Verfügung stellen könnte, dann gib doch mal ein Signal. Ne? Wäre großartig. Auf, Leute, da geht doch was. Seit 475 Folgen sitzt der René als Einziger jede Woche hier und produziert den Kram. Da wird doch eine Karte zu kriegen sein. Ich kann noch ein bisschen mehr auf die Tränendrüse drücken. Das ist mein 40. Geburtstag. Das ist auch noch rund. Ach, du Schande. Ja, ich werde alles... Das heißt, du gibst aus. Ja, warte mal, aber dann ist es ja sogar sehr eigennützig für mich, weil dann habe ich ja auch reelle Chancen, an dem Abend kostenlos betrunken zu werden. Da muss eine Karte für den René drin sein, Leute. Als 034 im Stadion. Also, der ein oder andere Rosé könnte ausgegeben werden, Alex. Ach, geil, geil. West Ham bei einem Rosé. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Sendungstitel incoming. Oh ja, das ist schön, ja. Sehr schön. Also, falls der ein oder andere von euch sagt so, ey, ja, ich habe hier eine Karte übrig, reicht auch einer. Einer mit einer Karte, reicht mir schon. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, der René ist auch ein super Nebenmann. Ich pöbel ein bisschen. Also, da müsste er halt mit klarkommen. Wirft mit einer Stadionwurst, aber sonst passiert auch nicht viel, glaube ich. Alles prima. Könnte im schlimmsten Falle passieren, ja. Naja. Könnte passieren. Gibt unangenehmere, Leute. Wahrscheinlich. Gut, dann würde ich sagen, haben wir doch sehr erfolgreich über hauptsächlich die Reiseerfahrungen in das wunderschöne Barcelona gesprochen. Falls ihr da draußen noch wunderbare Erlebnisse habt von eurer Fanreise nach Barcelona, die ihr uns hier noch irgendwie mitteilen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, schickt uns eine Nachricht bei Twitter, Instagram, whatever. Ihr findet alle Social-Media-Accounts und Links und sonstige Dinge auf unserer Seite eintracht-podcast.de. Da findet ihr auch die Möglichkeiten zu unserem Support. Und da werde ich auch dieses Fan-Lied, was Alex in zwei Wochen dann hier anstimmen wird, nochmal verlinken, sodass ihr dann da auch alle während der Live-Aufnahme kraftvoll mitsingen könnt. Nicht wahr? Oh, sehr gut. So ist der Plan. Wir wünschen euch bis dahin eine wunderschöne Restwoche. Genießt das Fußballwochenende und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschö. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.